All right, dann machen wir es. Ja, nicht so wie letztes Mal. Vielleicht ohne weggecancelt zu werden dieses Mal. Aber vom Ding her. Perfekt, genau das Game spielen wir jetzt weiter, Tobi. Danke für die 3 Euro. Stark. Stark. Okay, wir haben... Wir... Wir haben noch das Game von gestern laufen. Das chocken wir weiter, ja? Ist jetzt ein bisschen verwirrend für die Arzten, die es noch nicht kennen. Von gestern oder von letztes Mal oder so. Aber es wäre dumm, jetzt neu anzufangen. Im Grunde geht es darum, dass wir im Darknet... Acht Schlüssel finden, um eine Frau zu retten und eine komplette Seite lahmzulegen, die Leute umbringen. You know? Place your motion sensors where it makes the most sense. Ah, perfekt. Danke für den insane Tipp. Na, dann weiß ich ja Bescheid. Okay. Aber wir waren letztes Mal hier stehen geblieben. Wir sind schon einigermaßen weit. Ich muss ganz kurz meine Paint-Dateien aufmachen. Oh mein Gott, Digga. Ich sitze nicht mehr im Paint offen. Oh mein Gott. Ey, Mann, warte. Wir müssen das richtige Programm aufmachen. So. Das ist das beste Programm dafür. Alright. So, zack. Und die Textdatei. So. Alright. Wir suchen nach Keys. Es ist acht Stück, die genau so aussehen. Okay. Das ist unser erster, den wir haben. Das ist immer quasi eine Zahl von eins bis acht. Und dann sowas. Das kann im Quelltext sein. Das kann irgendwo auf der Seite stehen. Das kann auf unserem Desktop spawnen. Da suchen wir. Alright. Und wir brauchen acht Stück davon. Und wir suchen quasi hier. Und wir versuchen, dass die Cops uns nicht holen. Und dass die... Dass der russische Killer uns nicht holt. Das ist basically das Game, Freunde. Den Rest checkt ihr gleich. Trust. Trust. Okay. Und hier müssen wir gerade... Achso. Und hier müssen wir gerade... Ähm... Ein WLAN versuchen zu hacken. Weil wir brauchen unbedingt ein neues. Sorry jetzt. Okay. Äh. Auf welche Weise Seite waren wir noch nicht? Wir waren noch nicht auf Hackers for Hire. Grandmas Fantasy. Äh... Order of Nine müssen wir. Da waren wir schon, ne? Order of Nine waren wir, glaube ich, gestern schon. Wenn mich nicht alles täuscht. Da haben wir nichts gefunden. Ähm... Dann müssen wir jetzt auf... Äh... Genau. Und damit ihr das noch checkt. Diese Angaben hier sind, wann die Webseiten online ist. Die, die ich durchgestrichen habe, sind nie online. Diese hier... Das bedeutet quasi von Minute 30 bis Minute 44. Hast du gestern mehrere Stunden gespielt und hast einen Achtel-Kies-Ohme? Bro, Junge, das ist No-Joke schwer, glaub mir. Vieles auf Vorbereitung am Anfang. Äh... Okay, wir fangen einfach von unten an, würde ich sagen. Wir machen mal Vacation. Da steht zwar... Finde ich echt hammer, dass du jetzt das Game zockst, was man mit seiner kleinen Schwester gucken kann, kleiner als... Okay, hier ist nix. Oh mein Gott, ist gestern nicht der Strom ausgefallen? Und dann habe ich, äh, beendet. Ich bin neu reingespawnt, der Strom ist an. Sweet, John. Okay, wir müssen nach der Website unbedingt das WLAN switchen, sonst kommen die Cops. Ich weiß nicht, was das hier bedeutet. Schaut mal. Hier sind so A-Class und A ist ja eigentlich ein Link, ne? Ich frage mich, ob man da vielleicht draufklicken muss, so nach dem Motto, und eins davon schaltet dann irgendwas frei. Weil das gibt es auch, dass man manchmal auf so Wörter draufklicken muss, you know? Ah, STRG-F, danke, Doc. Oh, wir brauchen unbedingt ne Backdoor, Junge. Guter Call. Okay, wir wechseln unser WLAN. Oh, bitte jetzt nicht die Cops, das wäre richtig unsatisfying. Okay, gut. Okay, also wir haben, äh, gestern haben wir aufgehört, indem wir einen neuen Skybreak freigestellt haben. Äh, und zwar kann ich jetzt WPA2-Netzwerke auch hacken, also welche, die mit einer besseren Verschlüsselung, Verschlüsselung, die sind aber viel schwerer zu hacken. Wenn wir die aber gehackt bekommen, sind wir viel sicherer und können viel länger in den Browsen. Das heißt, es wird unfassbar OP, wenn wir es schaffen. Wir müssen aber unbedingt immer aufpassen, weil wenn ich die zu doll hecke, dann stützen die ab, so DDoS-mäßig, you know? Warte mal, wir gehen als erstes in das D5. Das Passwort ist Metallica. Okay. So, wo müssen wir jetzt rein? Wir müssen jetzt, äh, das haben wir, das haben wir. The Prey müssen wir jetzt machen. Nee, da war ich gerade schon, ne? Dann gehen wir jetzt in Luguru. Das ist irgendein Kult, der irgendwas mit Blut macht. Ich verstehe nicht, wie wir erst einen Key haben können, Bro. Oh, da waren wir doch auch schon auf der Website, oder? Shit the fuck up, Alter. Geht irgendwann wieder, nicht erschrecken. Boah, ich check's nicht. Wir stellen uns nicht so gut an, gerade. Boah, wir haben aber 50. Können wir für 50 irgendwas Sinnvolles kaufen? Wir können halt ein Motion Alert kaufen und ein Motion Sensor, wenn wir insgesamt 90 haben. Dann muss ich aber einmal runterlaufen und da kann es passieren, dass ich sterbe. Okay, das heißt, wir müssen das jetzt auf Granddaddy, oder waren wir auch schon? Last hat dich jetzt gekränkt, bist aber auch ziemlich Arsch. Das Game ist ehrlich schwer, Bro. Okay, wir müssen... Wer war noch... Wer war noch nicht schon auf alles, Digga? WTF? Dann gehen wir vor, jetzt aber nochmal auf Granddaddy. Aber eigentlich... Oh mein Gott, mein Herz. Okay, das ist gut. Das bringt uns Cash. Dolmecker haben wir auch nicht gemacht, ja. Will man aber auch noch nicht. Das will man erst am Ende machen. Weil wenn wir auf die Seite gehen, dann kommt der Typ vorbei und bringt uns dann die Frau mit abgeschnittenen Armen und Beinen vorbei und will uns Spacey hier oben bringen. Easy. Okay, wir haben 13 DOS-Kälen bekommen wir durch. Das heißt, wir haben jetzt 62. Okay, was haben wir hier? Ich weiß nicht, ich habe gestern halt einmal auf Close gemacht. Ich weiß nicht, ob jetzt zum Beispiel... Also als Beispiel, wir waren jetzt auf Dirty Old Pervert und auf Vacation als Beispiel. Jetzt habe ich halt das Game geschlossen und wir haben quasi jetzt auf Weiterspielen gedrückt. Diese zwei Seiten, die ich gerade genannt habe, auf denen waren wir jetzt laut dem Game noch nicht drauf. Ich frage mich, ob ich nochmal auf die drauf gehen sollte und jetzt quasi da die Keys sein können oder ob es so eine Art fester Seed ist und schon von Anfang an klar ist, auf welchen Maps die Keys sind. Schickt ihr, was ich meine? Ja, ich kaufe nur einen Backpack-Door-Hack. Danke, Jungs. Ich kaufe vielleicht mal zwei einfach, oder? Ich glaube, wir müssen nochmal auf diese Seiten, wo diese Links sind. Ich glaube, da müssen wir das anklicken. Ich weiß aber leider nicht mehr, welche Seiten es waren. Hier haben wir eigentlich schon alles gemacht. Oh, wir müssen unbedingt das WLAN switchen, Alter. Okay, Victor ist das Passwort. Oh, es ist me, Mrs. Robinson. Oh, wir müssen auch hacken, Jungs. Erinnert mich bitte daran, dass wir hier auch das WLAN versuchen zu hacken nebenbei. Das ist unfassbar wichtig. Komm, Bruder, bitte. Gefühlt habe ich noch nie so einen WLAN-Gag bekommen. Okay, jetzt die letzte Seite. Komm, 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 komm. Nee, hier ist nichts, schade. Komm, gib mir das jetzt. Komm, Bro, gib mir das WLAN. Bitte, das wäre insane. Ich weiß nicht mehr, auf welche Seite ich gehen soll. Also, warte mal. Wir haben einen Key gefunden hier, right? Dann gibt es noch einen Saving Key bei Dollmaker. Das heißt, hier ist Nummer zwei. Und wir brauchen jetzt noch einen Key, Bro. Einen fucking Key müssen wir finden, dann haben wir es. Und wir brauchen eine Website. Wir müssen quasi was suchen, was ungefähr so aussieht. Aber es darf keine E-Mail sein. Es darf nicht so aussehen. Als Beispiel. Okay? Oh, sorry. So. You know? Nee, wir machen keine Batsch. Shut up. Wirklich, ihr müsst schalten, Jungs. Man muss nicht für alles eine Batsch machen, Digga. Immer mit Punkt A-N-N. Ja, genau. Immer mit Punkt A-N-N. Weil wir müssen quasi so eine Art, also das hier ist die Mainpage 1 und es gibt davon auch eine 2 und eine 3, you know? Die müssen wir noch finden. Bei YourData warst du, glaube ich, noch nicht. Doch. Aber wir können noch mal drauf gehen. Genauso wie bei Avesatan. Vielleicht habe ich was übersehen. Und wir müssen weiter hacken. Guck mal, hier das zum Beispiel, so sieht es dann aus. Aber das ist eine E-Mail, you know? Das hier ist eine E-Mail. Aber im Grunde, so wie das hier hinten aussieht, so muss es aussehen. Okay, wir müssen wieder dann switchen. Oh, ich muss wieder rüber. Ich habe gar keinen Bock. Ich habe irgendwie das Gefühl, jemand steppt draußen. An welchem Punkt war das nochmal, dass wir uns in einem Schrank verstecken mussten? Was mussten wir da hören? Steps oder so, ne? Wenn ich Steps vor der Tür höre, dann schnell alles dunkel machen. Vielleicht mache ich jetzt schon mal alles dunkel? Okay, ich muss, glaube ich, nur noch das Licht da ausmachen und dann in den Schrank da gehen. Dann bin ich good to go. Und da muss ich im Real Life ruhig sein, weil er mich sonst hören kann, der Hund. Okay, wir müssen kurz ein neues WLAN scannen. Ein leises Klicken an der Tür. Irgendwas steppt draußen. Ich habe Angst, dass der gerade kommt. Oh mein Gott, wir sind tot, oder? Hä? Was? Oh mein Gott, ich habe gerade anstatt auf WLAN geklickt, auf Ausmachen geklickt. Perfekt. Classic, lieben wir. Auf welche Seite soll ich denn noch gehen, Bro? Wir können nochmal Avesatan hinten. Oh nein. Oh Junge, dieses Fat Cloud WLAN ist so beschissen. Das macht man immer so dreimal, Junge. Und dann ist das Ding down, Alter. Du musst zwischen den Injections länger warten. Digga, ich habe 30 Mal gemacht, Bro, das Ding. Junge, das Ding ist direkt abgestürzt. Oh mein Gott, Bro. Gib mir doch bitte einfach ein verficktes, besseres WLAN. Ey, ich weiß ehrlich nicht mehr, wie wir das jetzt machen sollen, Jungs. Hallo Kevin, ich verfolge dich schon monatelang. Auch im echten Leben, ich sehe dich sehr oft am Einkaufen. Warte mal, gibt es nur 2, 2, 3? Okay, weird. Ich rieche dich jeden Abend unter deinem Bett. Und wenn du schläfst, beobachte ich dich stundenlang. Ich muss kurz, ich glaube, ich google mal. Es kann sein, dass man vielleicht sogar nur bei, also schaut, es gibt 8 Keys, yo. Und es gibt 3 Wikis. Es kann sein, dass man, also man findet auf einem 2 und auf den anderen beiden 3. Ich dachte eigentlich immer, dass das erste Wiki 3 hat, das zweite Wiki 3 hat und das dritte Wiki hat 2, you know? Danke für die 5 Euro, die war weird. Ich glaube, ich google das kurz. Ich glaube, to be honest, dass wir das schon gespielt haben und ich dafür ein Placement gemacht habe. Okay, okay, okay. Bro, wo ist es? Ähm, wir suchen mal einen Wiki. Ja, okay, hier steht's. Ähm, nothing kann happen before 10.20 Uhr, so you have to make sure you use this time period. Immediately find the second Wiki link with the free Wi-Fi you have. The second Wi-Fi link is always in the source code of the first page of the website. It will always look like this. Okay. It's possible that the link can also lie in the middle of a spam block, so you have to look carefully. It's also possible that both the second Wiki link and the source code and the key can be in the same page. It's highly recommended that you check short websites first to save time. Avoid the Doormaker website unless you are sure that all other websites don't have the link or keys as going into this site will trigger the Doormaker. Ja, okay, wissen wir. While you begin to search, you should also begin to crack VEP. Ja, normal. Once you get the second Wiki link, immediately bookmark it and go to rule of three website. You have to click. Ja, das kenn ich alles. Okay, easy. Ähm. Once you have finished, you will have the third Wiki link. Now you have all the Wiki links. You can begin to search for keys. Always remember, there are two keys on Wiki 1. Three keys on Wiki 2 und three, äh, three keys on Wiki 3. Okay, perfekt. Das heißt, der letzte Key ist auf Doormaker. Das heißt, wir haben vermutlich alle Keys gefunden. Jetzt müssen wir nur noch die nächste Website finden, Chad. Okay, also, höchstwahrscheinlich, höchstwahrscheinlich ist hier der zweite Key. Hier war der erste Key. Das heißt, wir müssen jetzt nochmal alle Seiten durchgucken. Und wir suchen nur im Quelltext von der ersten Seite nach sowas hier. Okay? Danach suchen wir. Okay? So ein Kommentar und dann einen HTTPS-Link. You know? Danach suchen wir. Also, Freunde, haltet die Augen offen. Let's fucking go. Alright, ähm. Aber Satan haben wir gerade durchgeguckt, right? Dann gehen wir... Oh, Gott, dieses Kassenherz. 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 Oh mein Gott war das knapp, oh mein Gott war das knapp, holy fucking shit. Okay, ich glaube wir machen mal einen kleinen Swap vom WLAN, ich bin mir nicht ganz sicher, wie lange ich drin war. Und ich glaube ich gehe gleich auch mal richtig viel kappen. Mach doch einfach Steuerung und Def und Such nach, an geht's doch viel schneller. Digger. Okay, wir müssen nochmal durch alles durch, vielleicht haben wir es bei DeepJournal übersehen, als wir den Key gefunden haben. Ich habe Steps gehört draußen. Boah, ich muss richtig fett kacken, also wirklich so auf so insane Level-Type-Beat. Okay, kein Link, okay nächste Seite. Okay, warte mal, wir müssen kurz abhacken, welche wir nach Key gesucht haben. Also wir waren auf Dronespy und wir waren auf der hier, okay. Dann als nächstes Evil Collection, wir müssen nochmal jede Seite angucken. Es scheint aber zu sein, dass die WLAN nach Minuten gehen. Okay, hier könnte es auch drin sein. Seht ihr das zufällig? Nee, ne? Ich würde auch sagen, dass es hier nicht ist. Okay, dann gehen wir jetzt auf die Fußfetischisten-Seite. Aber ich mache kurz vorher kacki, Freunde. Okay. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Die war so, Murat. Die war der Überschinn, warte, ich zeig euch. Das ist Worth Trust. Wie ist das Game nochmal, Chad? Also Black war es, glaube ich. Black and White. Yvonne, Aachen, Alex. Jetzt er hier. Murat. Murat. Digga. Murat. Zu geil. Okay, wo war ich als letztes? Wir waren, wir mussten zu der fußfetischsten Seite. Okay, wir gehen auf die und dann switchen wir WLAN. Oder habe ich jetzt WLAN geswitcht? Ich weiß gerade nicht. Ich glaube, ich habe WLAN gerade geswitcht, right? Okay. Okay. Okay, das heißt, wir müssen jetzt als nächstes auf Grandmas Fantasies. So eine Oma-Seite. Oh, die sich so einen abgeilen auf Omas. Ist das ein Horror-Game? Nö, nö, das ist ein chilliges Game, einfach. Was ist hier passiert, Digga? Was ist passiert? Okay, das heißt, die nächste Website, die wir uns angucken, ist All of Nine. Bro, bitte, wir brauchen den zweiten Key. Das wäre ehrlich krass. Dann hätten wir einen Progress. Komm schon. Key, ey. Boah! Ja, wir sollten gleich WLAN wechseln. I know, I know. Okay, watch this. Boom, 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 done. Mein Vater zwingt mich, wieder ihm beim Masturbieren zu helfen, während er sich auf deinen Stream ergötzt. Okay. Bitte nicht die Cops, bitte nicht der Killer. Okay. Viel zu gut, man, I guess. Das Wort ergötzen ist auch ein ganz komisches. Okay, Metallica ist das Passwort. Okay. Metallica ist das Passwort. Komm, wir können jetzt bitte ein verficktes WLAN hacken, Alter. Oh mein Gott, meine Tür war die ganze Zeit offen. Bitte sei jetzt nicht in meinem Raum. Okay. Okay. Boah, wichtig. Okay. I'm a savage Zu geil, wie du mal den Kopf einziehst Ja, ich will nicht hingucken, ich will mich nicht erschrecken Wir haben immer noch einen Key, Digga Wir sind einfach richtig trash Aber ich weiß jetzt, wenn ich nochmal run it, was ich machen muss Äh, Thanatos, können wir den gerade aufmachen? Ja Oh, auf der Seite waren wir laut dem Ding hier noch nicht Vielleicht, wenn wir jetzt einen Key und die Webseite mit einem finden, Digga Dann wäre das überkrass Dann könnten wir den Dollmaker skippen Da war ein Key, da war ein Key Hier ist ein Key, oh mein Gott, okay, wir können auf jeden Fall schon den Dollmaker skippen Hä? Warte mal Bro, WTF Warum kann ich das nicht? Kopieren Digga, so als gäbe sich halt einfach kranken Arschwecken, Alter So Ah, fuck, mein 8-Button ist kaputt So, alright Okay, das heißt, wir haben jetzt schon mal den Key gefunden Sehr, sehr gut Das heißt, wir müssen nur noch den Link finden Dann haben wir die erste Seite fertig, Jungs Das ist unfassbar strong Okay, dann gehen wir noch schnell Warte, kurz mal anhalten hier Ähm, ich muss noch einen Backdoor Key kaufen gleich, right? Also, wir haben diese hier Wir haben diese hier Wir haben Diese hier Wir haben diese hier Okay, dann müssen wir jetzt nur noch Ich glaube, die Dirty Old Pervert haben wir auch schon geguckt Okay, nochmal Die Elf Wir brauchen halt nur noch den Link Dann haben wir es, Digga Warum finden wir denn den Link nicht? Bitte, wenn der Link jetzt hier wäre Das wäre so huge Das wäre so geil Ja, habe Backdoor gekauft Wir haben 111 DOS-Coin Wir müssen eigentlich unbedingt upgraden demnächst Warum ist Enable to Connect? Ist das eine, die es nicht gibt? Warte mal Welcome to the game Ah, die gibt es nicht, okay Die ist nie online Okay, dann müssen wir Dollmaker Da waren wir schon Nee, da Oh Weit ihr, es kann passieren, dass die Website auf Dollmaker ist? Das wäre richtig unlucky Dann können wir nicht weitermachen Dann müssen wir eigentlich aufgeben Wenn ich Dollmaker gehe, dann kommt der Typ Das will man nicht machen Das ist over dann Der steht auf unserer Tür Und kloppt dann immer alle paar Minuten Und kommt immer wieder Und immer wieder Und immer wieder, Bro Das ist richtig anstrengend Das kostet so viel Zeit, Bro Wir müssen eigentlich immer noch Auf der ersten Seite nachgucken Ach, shit Das war Time Waste Äh, 0 bis 29 30 bis 44 Wir gehen da gucken Wir Vacation The Prey Und Luguru noch schnell Ey, bevor wir es nicht finden Gucken wir da You know Aber Ich glaube nicht, dass es da ist Ach, scheiße Ich muss WLAN weiterhacken Ich weiß nicht, was es ist Aber diese Website sieht aus Wie eine Website Die meine Mods gemacht haben Ich weiß nicht, ob ich da der richtige Ansprechpartner bin Ich weiß nicht, dass es da ist Ich weiß nicht, dass es da ist Ich weiß nicht, dass es da ist Oh mein Gott, Junge nervt doch nicht Schau ruhig mal auf meiner Seite vorbei Komme auch nicht klopfen Versprochen Kuss, Kuss Okay, ich muss alle connecten und immer abwechselnd Nein, oh mein Gott, ich habe mich verklickt Meinte, ich will diese Dinger immer injecten in den Loop Dass ich quasi 30 Angriffe auf das Erste mache 30 Angriffe auf das Nächste Dann 30 auf das Und dann 30 auf das Und dann wieder von vorne Ey Ich weiß nicht, ob das jetzt der geilste Content wäre In my opinion, ja Wenn wir uns ein bisschen die Guide durchlesen Das Game ist ehrlich kompliziert Ich habe es halt auch jetzt nicht wenig gespielt, you know Also ich bin jetzt Ich habe das Spiel 36 Stunden schon gespielt Damit ihr checkt Also ich bin jetzt nicht unfassbar neu hier Und ich habe das Gefühl, das ist die einzige Art und Weise Wie wir es für den Content schaffen können Weil es gibt so viele Feinheiten, die man beachten muss Und es ist, ja Es ist nicht unbedingt cheaten Ey, soll ich auf den Dollmaker gehen? Ich war auf jeder Website eigentlich, oder? Warte mal, auf irgendeiner Website waren wir nicht Auf Your Data Und auf You There Das sind die einzigen zwei, wo wir nochmal drauf Und Deep Journal Wenn es auf D nicht ist, Broder Wenn es auf Dollmaker Dann ist es over Okay, Viktors, das passt aber wieder Switching for you In the kitchen 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 Warum guckst du immer nach links? Der kann ja am Fenster stehen Und ich weiß nicht, ob es irgendwie uns irgendwas bringt Aber ich will gucken, ob der da steht You know? Oh, bitte lass jetzt einfach auf Deep Journal das Ding sein Das wäre so geil Wir wasten gerade richtig viel Zeit, ne? Wir haben noch Zwei in dem Stunden Zeit Und dann müssen wir schon fertig sein, glaube ich Okay, wenn es jetzt hier nicht ist, Digga Dann weiß ich auch nicht Ist nicht Ist nicht, Digga Was machen wir jetzt? Soll ich einfach für den Gag auf den Dollmaker gehen? Wir gucken, ob es da ist Wenn es da ist, dann höre ich trotzdem auf Und dann zocken wir neu Das oder wir können auf die 30 Minuten warten Und nochmal auf den beiden Seiten nachgucken Beziehungsweise auf der ersten haben wir schon nachgeguckt Sehe ich gerade Also nur auf der hier Auf Pre oder Logarow war der Affair Oder ich bin behindert Ne, das waren E-Mails, Bro Es gibt einen Unterschied Manchmal gibt es so So, keine Ahnung Help me Add Und dann so ein Link Und dann Punkt an Das suchen wir nicht Wir suchen sowas hier im Quelltext Und dann nur den Mit HTTPS am Ende Am Anfang So Und dann direkt den Link Und dann Punkt an You know? Danach suchen wir Und dann am Ende wieder so der hier Check hier Ey, wir gehen auf Dollmaker Fuck it Das ist dann zwar over Der Run Aber ich will es rausfinden Wollen wir gucken, was passiert, wenn der kommt Dann kommt Weiß jemand, wie lange es da ist, bis der kommt? Aber ich weiß es nicht mehr Oh mein Gott Das ist scheiße creepy Hier ist es nicht Da ist er Oh mein Gott No fucking way 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 Das ist so unlucky WTF Oh mein fucking God Oh mein Gott Okay, dann Aber damit ihr kurz gesehen habt Das ist jetzt quasi der zweite Link Jetzt haben wir noch ein zweites Wiki Das heißt jetzt Main Page 2 Und auf der hier Das kann ich euch kurz mal einmal zeigen Auf der hier Gibt es jetzt dann Rule of 3 Das ist eine Website Da ist 100% der dritte Key Hat dir meine Seite gefallen? Mit dem Code Dollmakerxel Bekommst du 20% Rabatt Auf deinen ersten Toyser Den du dir bestellst Kevi Couscous Genau, jetzt müssen wir quasi hier Die Sachen anklicken Ich vergesse immer wie das geht Aber man muss hier die Sachen anklicken Okay, 1, 2, 3 3, 2, 3, 1, 2 Muss man beim Dollmaker Wenn der kommt Nicht nur den Puppenkopf An eine Zimmertür hängen Boah, ich weiß es nicht mehr, Bro Und dann noch diese hier, right? First try, watch this First try Boom Okay, jetzt den auch noch first try Oh, nee, Digga 50-50 chance Und jetzt den hier noch Dann haben wir es Oh, Mann, Digga Gönn doch Oh, fuck Ich habe es vergessen So, boom Und jetzt haben wir hier Das dritte Wiki Das sind die drei Sachen Die wir am Anfang haben wollen Also Die haben wir empfohlen Dass man das am Anfang direkt macht Also gehen wir am Anfang Erstmal alle Seiten durch Und gucken nach diesen Sachen So, und jetzt haben wir es Und jetzt könnten wir quasi Ich habe es vergessen zu kopieren anscheinend Aber ich könnte jetzt rein theoretisch Mit den drei Seiten Alles machen Aber machen wir nicht Der Menschenmann hat Angst vor Puppen Und bricht das Spiel ab Nein, Bro Real Rap Wir müssen das Wir müssen das abbrechen Oder die Cops brechen es für uns ab Das passiert, by the way Wenn wir zu lange In einem WLAN chillen Und das ist die Frau Die wir versuchen zu retten All right Wir quitten ganz kurz das Game Und wir gucken uns Wir lesen kurz Tipps durch, okay Ich weiß Es wirkt wie unfassbar krankes Cheaten Aber trust me is worth Okay Sorry Okay, also The police are easy threat If you have to understand To survive the game Das weiß ich eigentlich Wie das funktioniert The hitman Weiß ich eigentlich auch Wie das funktioniert Wir können uns da irgendwann Dann motion sensors kaufen Aber können wir auch lassen In addition to the above information There are very few things You should keep in mind When you hide from the hitman You should turn off your computer If you fail to do Lukas will erase your notes And take your DOS coin Before leaving your apartment Ah, okay If you hide in the bathroom You must be aware That you will be able To hear two different door sounds You will able to hear A loaded door And a softer door Okay Genau, der fängt manchmal so an Dass er raus geht Und dann bleibt er aber drin Der Hurensohn If you do not currently have Motion sensors Or motion alert It helps to keep your volume up So that the lockpicking sound Is easier to hear As the game progresses Lukas will become more aggressive Due to this It's better to get any shipments Early in the night Okay, also wir wollen So schnell wie es geht Sachen zu holen Für, also unsere Unsere Bass upgraden Basically Ähm Die Sounds anhören Ja, das können wir machen Okay, das ist das, was wir hören werden Das hier Das werden wir hören Diese Tür klinken Type shit Auf der jeden Fall müssen wir achten Okay, wenn wir das hören, Chat Wenn wir das hier hören Müssen wir uns verstecken, Digga Junge, wie willst du das hören Lukas ist der Hitman Der russische Killer Ich glaube, das ist eigentlich Kein russischer Killer Weil der ist Lukas Aber Scheiß drauf Äh Okay, den Rest kenne ich The Breaver The Breaver is the most annoying enemy In the game As they are tricky to ward off And is somewhere rare To a player to encounter them However, despite being the most annoying enemy Ich glaube, das ist der, der bei draußen ist Ne? By default, the Breaver will spawn 20% of the time You visit For every new key encountered after the first This will increase by 5% Except when you have encountered the final key When you have obtained the final key The percentage will jump to 65% Okay Hacking Hacking weiß ich auch Wi-Fi Wi-Fi weiß ich eigentlich auch Warte, hier steht noch eine Sache Track Rate Minimum In-Game Minute Normal Was genau bedeutet das hier? Bedeutet das, dass quasi ich in dem WLAN 32 Minuten sein kann, bevor die mich da finden? Also 32 In-Game Minuten? POV man lernt 5 Minuten vor der Klausur Okay, den Shit kenne ich Den Shit kenne ich noch nicht At the rate, das kenne ich auch Und das kenne ich auch Blackout Okay Sometimes the blackout will happen For this reason You should always grab the flashlight In the beginning of the run Ja Das habe ich gestern vergessen Perfekt A blackout can be lifted by visiting The maintenance Closed Okay, easy Okay Die flashlight kann Die kann out of battery run Website click points There's a chance That when you visit Sites with the key It won't immediately show up On the side And will also be included In source code Ja, weiß ich alles Ähm Alter Das ist ja Übertrieben schwer Junge Holy shit Note that in the following section All the websites are listed In alphabetical order For easy lookup The click points will also be listed From top to bottom of the page So that you can keep track Where you are going The bold words will use To indicate That the word Digga Es gibt einfach Punkte Auf die ich klicken muss Auf jeder Website Und es ist ein pixel perfect spot Sozusagen Wo ich einfach draufklicken muss Es ist nicht ein Wort Ah, doch Das sind trotzdem Das sind die Die wir auch im Quelltex haben Wir müssten aber Im Quelltex halt Übelst lange gucken Soll ich das einfach Offen lassen Und dann immer gucken Bro Das ist ja so tricky Am Ende ist es TOS Was ist TOS Boah, das ist so krass Okay Ist extrem aufwendig Ja man, das ist überschwer Ihr müsst halt checken Wir haben nicht viel Zeit, ne Also das ist das Problem Es ist nearly impossible Du musst es eigentlich mit Wie sagt man das Du musst das Game mit Notizen zocken Das ist die einzige Möglichkeit eigentlich Wie machen wir das Mache ich das damit Was sagt ihr Muss ich ja, oder Ich will das Game Irgendwann mal finishen Okay Es ist trotzdem unfassbar schwer Ich fühle mich einfach So unglaublich nutzlos Ich bekomme mein Studium Einfach nicht geschissen Ich will irgendwie Nicht mehr so richtig Ich will einfach nur Weg Ich fühle mich einfach so überflüssig Sorry für die scheiß Stimmung Mattschlaf kleiner als drei Bro, bist du nicht Und du solltest höchstwahrscheinlich Einen professionellen Therapeuten Da haben wir es Chat Besuchen, Bro Trust me Das ist glaube ich sehr, sehr smart Trust me Ist sehr, 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 sehr smart Auch wenn es vielleicht drei, vier Monate dauert, Bro Vielleicht auch sechs, sieben, acht Monate, Bro Mach es und such dir da Hilfe Trust me Okay Das wird helfen Trust me Okay The windows can be used The windows can be used as an indication To check if the site you are on Had the key or not If the window opens It means somewhere on the site Including its subpages Had the key Das haben die rausgepatcht, die Wichser Das haben die rausgepatcht einfach Meinem Arschloch geht's perfekt, danke, Bro Das haben die Wichser rausgepatcht Das war so OP The game saves every 20 minutes in normal mode But will not save if you encounter a threat or a death At that time If you fail the hack, you can get a virus Holding shift make you run faster Holding the key looking outside Okay Noah at the windows Or the balcony door Generally don't do anything You can just ignore them In fact, if one is spawned at the windows You can just continue using your PC As using PC It also counts At looking from It helps to save wikis When you It is a good idea to spend the first hour Farming dos coin Now let's start to write Boah, Junge, das ist so cheeky Boah, wir gehen da jetzt richtig tryhard rein, Alter Ist mir scheißegal Okay, ich glaube, ich hab alles Digga, ihr müsst euch vorstellen, das, was wir zocken, ist der normale Mode Es gibt das Game in schwer Im 1-3-3-7-Mode Wir zocken den Easy-Mode, Junge Hier at Chat, falls ihr eine harte Zeit gerade habt, etc., dann lasst euren Kopf nicht hängen, lenkt euch ab Mit der Zeit heilt jede Wunde, gebt euch selber nicht auf Schaut euch Kevin an Der Peepäger bekommt auch viele Sachen hin, trotz seiner Behinderung, kleiner als drei Bro, nicht der Behinderung-Stuff Come on, dog Das ist Quatsch Alright Alright, let's go Okay, 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 okay Pro-Tip, don't forget the flashlight Guter Tipp, guter Tipp, guter Tipp vom Ding So, okay, jetzt guckt uns Adam an, der uns helfen will Aber wir haben keine Zeit für Adam Halt die Fresse Shut up So Zack Zack Und jetzt Nehmen wir uns die Lampe Und speeden nach draußen Okay Am Anfang müssen wir so ein VPN abholen Der kann für uns Krypto-Farm Ey, soll ich mal kurz gucken, wo man den am besten placed Weil es gibt Spots, da ist der grün Und wenn der grün ist, dann Dann machen wir richtig dick Patte, glaube ich Das ist jedes Mal anders Ja, aber vielleicht gibt es irgendwie Tipps, you know Weil ich habe es noch nie gesehen Hier sind am Anfang die zwei Personen Äh, das ist Noah Das ist der Typ, der immer an der An dem Fenster steht Wir tun uns aber vom Ding nichts So, jetzt kommt erstmal Felix von der Laden vorbei Mit seiner Drohne Mit seiner DJI, Junge Was geht ab, meine Jungs Oh, zack Vielen Dank Ich weiß nicht, wieso Aber in meinem Kopf verbinde ich Drohnen Einfach immer noch mit Felix von der Laden Das macht gar keinen Sinn Aber in meinem Kopf ist es Irgendwas, was connected ist Ich frage mich, ob hier irgendeine Tür überhaupt offen ist Ich habe es noch nie gecheckt Das macht auch vor allem gar keinen Sinn Ich muss jetzt in mein Zimmer laufen Weil da der VPN ist Es macht gar keinen Sinn Ich habe doch unten das Paket abgeholt Ja, I know, I know, Luca Oh gut, oh gut, oh gut Oh gut, oh gut, oh gut Ähm Ich habe das Paket unten eingesammelt Ich muss jetzt aber in meinen Raum laufen Hier hin Und jetzt liegt hier der VPN Bruder, erklär mir, wie weit das Sinn macht Macht gar keinen Sinn Okay, go to the alley to fetch Adapts remotes Get creative with your placement of your remote VPNs Go out on the fire escape if you have to Just always place it in the green spot Rather than a red or yellow spot For the highest coin farming rate Okay Okay, let's go Dann machen wir das Okay, das habe ich noch nicht einmal gemacht Was ist jetzt? Wait, what the fuck? Ist das ein Easter Egg? Bin ich jetzt stuck? Hatte ich auch mal Kommt man jetzt hier nicht raus, oder wie? Oh mein Gott, das hatte ich noch nie, Digga Neustart Wow Noch nie hat jemand so schnell einen Run geblowt, Digga Jesus Oh mein Gott Bro Leute meinen, dass es eine Cheat Protection ist Aber ich checke nicht inwieweit, dass es eine Cheat Protection ist Ist voll krass, es wurde übelst viel dazu gepatcht in dem Game Ich finde es übelst geil Weil das Game war eigentlich fertig, to be honest Aber die haben voll viel geupdatet Digga, imagine du bist Adam und wirst einfach weggedrückt Gut, dann laufen wir nochmal nach unten, wa? Machen wir es nochmal, Freunde Warte mal, bevor ich es nachher vergesse Digga Ich bin so gestorben, Digga Same, Junge Ey, vielleicht zockt man das Game, wenn wir es heute nicht schaffen Mal mit Ritzmann zusammen, aber vor Ort zusammen Also er kommt hierher Oder ich zu ihm Und dann zockt Dominik so Dominik bringt so sein Laptop mit Okay Boah Junge, wir waren so richtig Tech-Team, Alter Dominik macht so sein Laptop auf Und callt mir so die Dinger durch Und sagt mir so Yo Bro, du musst da und da klicken Und er hat so dieses Walkthrough offen, weißt du Und sagt mir so, wo ich hin muss Zimmer 504 musst du auch mal hin Ja, es gibt so einen WLAN, das heißt Bring me beer to 504 Und ich frag mich, was da passiert Mit callouts is lame Trust me, Bruder Ich hab das Game jetzt 35 Stunden gespielt Ich hab's nicht geschafft ohne Das ist richtig schwer Man muss, ich glaube Wenn man's ohne Walkthrough spielen möchte Muss man erstmal 50 Stunden reinblown Und immer failen und immer aufschreiben XQC hat's ohne geschafft 10er, Bro Fuckin' 10er Niemand Hat XQC das Game durchgespielt? Ja, aber das Ding ist halt auch 50 Stunden ist halt Eins streamen bei XQC basically Das heißt, da hat er halt auch genug Zeit Um alles zu lernen, you know Okay, dann hoffen wir mal Dass wir jetzt nicht dieses Easter Egg Ding wieder haben Ich lauf jetzt einfach nicht da hinten hin Ich skipp das jetzt einfach Ist mir scheißegal Hab Angst davor Okay, wir suchen grün Digga Oh, ist das grün? Nee, das gelb Mega nice Dass wieder so aktiv Streams kommen Enjoy ich wirklich sehr Dickes Bebel Wallabilla, Bruder Gönn doch bitte grün Geh zurück, war grün? Nein, 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 Jungs Das hier ist nicht grün Das ist gelb Am Gang an der Säule Nee, glaub ich nicht Können wir mal hier drin gucken Vielleicht geht's auch Nee, das geht nicht Wenn ihr das meint Das ist nicht grün Es war grün 100% Ich weiß nicht genau Zum Beispiel Ob es jetzt zum Beispiel Da unten grün sein kann Und dann da nicht Oder so, you know Also ob ich auch irgendwie Die Höhe abchecken muss Ich glaube aber echt Oder nicht Okay, wir gucken noch mal Auf unseren Balkon Oh, let's go Okay Jetzt machen wir mehr Bitcoins Geilo So, dann kaufen wir uns gleich noch einen zweiten Und gehen direkt ins erste Wir haben jetzt noch 10 Minuten Zeit Wir haben richtig viel Zeit gewastet Aber scheiß drauf Okay, wir gehen direkt in das normale Und währenddessen Cracken wir das nächste Okay, wir müssen jetzt alle durchgehen Wir suchen jetzt jede Website Ich würde sagen, wir machen erstmal wieder einen Screenshot So wie wir es immer machen, right? Also Screenshot Boom 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 Jetzt das pausieren Und jetzt müssen wir den Screenshot In Paint Ich hasse diesen Chat so sehr Oh, hart Okay, wir müssen jetzt die ganzen Seiten durchgehen Let's go Also Bathroom Camps Haben wir nicht Black Market Burn at the Stake Weg damit Das gibt's nicht Cheap Surgery Chosen Way Cops Dedo gibt's nicht Die gibt's alle Flame gibt's nicht Fuck You gibt's nicht Hackers for Hire gibt's nicht Heil Satan gibt's nicht Und Eliminate gibt's nicht Okay, den Rest müsste es geben Wenn ich das jetzt richtig sehe Okay, und jetzt die Uhrzeiten I am here Ist nur von 0 bis 14 Also von den Minuten 0 bis 14 verfügbar Boom Borrow my daughter Haben wir nicht Deep Journal Haben wir nicht Don't waste it Banger Gag, bro 57 Haben wir nicht Number Station Number Station ist von 30 zu 44 Dann Your Data Haben wir nicht Fortune Cookie Haben wir nicht Thanatos Haben wir nicht Doch, äh, hier 45 Bis 59 Äh, Little Friends Haben wir auch nicht Das ist so eine Pädoseite Okay, dann haben wir noch Brutal Underground Und Red Triangle Und The Hall Okay, das haben wir Das haben wir alle Okay, perfekt Das heißt, das ist das, was wir brauchen Das heißt, wir gehen jetzt Allererstes auf I am here Und wir hacken nebenbei den WLAN Okay, wir suchen nach dem Link jetzt Und nach Kies natürlich Aber vor allem nach Ist die Website Es kann nichts passieren Es muss die Website gewesen sein Okay, dann das nächste ist Cry Bitch Machst du VLT aufmachen Oder bin ich an der falschen Tür Okay, jetzt Endgrave Digga, wirklich Menschen Die es auf unironisch Huhu sagen Oh mein Fucking God Okay, wir würden ihn sehen, right? Neues WLAN Nee, nee, müssen wir nicht Okay Welches Lama fliegt in den Weltraum? Das Alpaka Oh Mann, Alter Ich möchte mich einfach nur löschen Was ist das nächste Äh, forgive me Channel Channel Acht Und Port 731 Okay Auch nicht Digga WTF Wo ist das Ding? Äh Danke für die ganzen Subs Chat Vielen, vielen Dank, Mann Danke für 7500 Richtig geil Freut mich Notebook sehr Lampentasche vergessen Meinst du die Taschenlampe? Äh Nee, die habe ich genommen Oder? Nein, habe ich nicht Okay Okay, Passwort ist 1234 Huge Passwort Papa Penis Banger Don't know, Bro Ich meine, das kann nichts passieren, oder? Gerade Welche kleinen Wichser? Natürlich habe ich die Taschen da begenommen Legion gibt es auch nicht, oder? Ich glaube, ich habe mich da vorne Ja, die habe ich überlesen Okay, die gibt es nicht Okay, dann heißt es Number Station Die können wir noch nicht Dann One List Boah, Digga Junge, das ist gerade Richtiger Tryhard Shit Holy Shit Knock, Knock Who's there? Voodoo Voodoo Who? Voodoo you think you are? Asking me so many questions? So, dann gehen wir auf den Schlüpperverkäufer Okay, noch drei Minuten, Bro Dann müssen wir alle Seiten durchgescannt haben Das wäre echt gut, wenn wir es schaffen Boom, da ist der Link Let's go Danach haben wir gesucht Deine Pizza wird so langsam kalt Digga, warum kann ich es nicht kopieren, hallo? So, Digga, oh mein Gott, warum ist es doppelt? Warum, erklär mir bitte, warum ist es doppelt in der Taskleiste da oben Das macht gar keinen Sinn War nur kurz auf Toilette, Herr Teller Okay, eine Minute, dann müssen wir raus Boom, so, jetzt raus aus dem WLAN Huge Oh Mann, die Dono Taschenlampe, danke für die drei Okay, zweite Was ist schwarz und ist auf dem Feld? Dünger Okay, oh, das ist jetzt ein bisschen dank Weil wir müssen jetzt noch eine Paint-Seite aufmachen Oh, dann haben wir jetzt zweimal Boah, Digga Okay Jetzt müssen wir die hier durchgehen Boah, Junge, das läuft aber geil Das läuft aber richtig gut Warte mal, bevor wir das machen Gehen wir hier hin und machen das Alter, Junge, wirklich Der Sweat war noch nie so groß wie gerade Okay, 2, 1, 3 2, 3, 1 Oh mein Gott Sorry Oh mein Gott Oh mein Gott Jesus Fuckin Fick mich, Alter Was machen Oh mein Gott Oh mein Gott Ich hab's zweimal denselben Fehler gemacht Bro Oh mein Gott Oh mein Gott Ich hab vergessen Wo bleibt mein Bier Warte hier immer Oh mein Gott Oh mein Gott Oh mein Gott Ich hab alles vergessen Bitte lassen Sie mein WLAN in Ruhe Ich kann leak auf Legends nicht Oh mein Gott Ey, das ist ein fucking Joke. Ey, wie unfassbar unlucky. Ah, ich bin so dumm. Bitte, links oder rechts? Digga, was? Bro, come on, Alter. Ey, Joke, willst du nicht ver... Digga, was? Der Weg, Digga, die Dono wird aber sowas von direkt einfach reported, Alter. Vielen Dank, Mann. Vollidiot, Alter. Digga, eigentlich müsste man Leute, die so racist ass shit donaten, einfach mit ihrem Klarnamen bei der Polizei melden, Alter. Ich meine, technisch gesehen habe ich ihn vermutlich. Warum muss ich die abtippen? Warum kann ich die nicht kopieren? Du brauchst mich nicht mehr retten, der Kidnapper hat mich freigelassen. Der hatte kein Bock mehr. Ich bin ich, also ich meine du, also wir aus der Zukunft. Dickes Peepel in den Chat, hab die Türe aufgelassen, also du. Freundliche Grüße, wir. PS, ich bin nicht wirklich du, falls du das dachtest. Jesus Christ. Jetzt habe ich dich gehackt, nun kann ich endlich mein Anime schauen. Ah, das ist die letzte Seite, Chat. Oh mein Gott, huge, 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 huge. Okay, jetzt ist Omega Dank. Aber wir müssen jetzt das dritte Paint-Off machen. Verdammt nochmal, Kevin, warum bist du immer in meinem WLAN? Wegen die habe ich jetzt immer so komische Links in meinem Verlauf. So, okay. Puh, alright. Dann machen wir's mal. Okay, also. Wir müssen jetzt die Webseiten rausstreichen, die es nicht gibt. Was macht ein Hacker im Matheunterricht? Er sitzt am Rechner. Hallo, ich liebe Almir und möchte ein Kind von Almir. Shoutout Almir, Alter. Alright, Bathroom Camps. Boom, raus. Black Market. Raus. Wenn ich übrigens über sie sage, bitte Bescheid. Burned at the Stake. Cheap Surgery. Ähm, Chosen Awake. Ähm, Corpse for Sale. Ähm, Cotton Road. Äh, Dedo. Äh, Deep.web. Warum funktioniert das WLAN nicht? Sorry. Ich brauch das gerade für Normal Stuff. Ähm, Dreamplay. Cotton Road dritte? Oh, jo, jo, jo. Warum trinken Veganer kein Leitungswasser? Weil es aus dem Hahn kommt. Wer ist? Alle Wurst ist total lecker. Welche Wurst? Alle Wurst. Okay. Äh, Deep.web. Dreamplace. Hey, nächsten Monat wird wieder... Family Drug Shop. Bussi. LG. Vermieter der Zimmer. Danke, Bro. Äh, Father Donald. Äh, Flame. Äh, Flash Trade. Huhu. Geiler Stream mal wieder. Haare sehen frisch aus. Enjoy es sehr. Ist der beste Huhu. Fuck you. Fuck you gibt's nicht. GameCat. Hackers for Hire. Heil Satan. Mura 3 Art. Äh, Happy Family. Hot Burners. Ähm, Illuminati. Äh, Legion. Passports Are Us. Roses Destruction. Ähm, Secure Drop. Haben wir nicht, ne? Ne. Äh, Skyweb. Snuff Portal. Tango Down. The 8th Synth. Oh, Digga, alter Junge. Holy Shit. The Butcher. Okay. Woah. Okay, die Seite können wir actually auch schon mal einklammern hier. Okay. Alter Junge. Woah. Hurrat. Äh, Christoph, danke für die netten Worte, Bro. Kuss, 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 kuss. Kuss, 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 kuss. Vielen, vielen Dank, man. Oh. Oh. Secure Drop Seite 1. Habe ich eins vergessen, oder was? Ja, die Website noch favorite machen, mache ich gleich noch. Guter Call. Okay. Jetzt müssen wir die Zeiten durchgehen. I am here. Haben wir nicht. Borrow my daughter. Haben wir nicht. Deep Journal. Haben wir. Okay. Deep Journal ist von 0 bis 29 verfügbar. Junge. Holy Shit. Wenn wir das Game schaffen, bin ich der Glück, dass die Menschen werden. Don't waste it. Äh. You there. Äh. Awe Satan. Awe Satan ist von 30 bis 44 verfügbar. Hab mich jetzt selber befreit. In der Zeit hätte ich mich fünfmal selber befreien können. Nein. Die Frau ist immer noch da stuck. Nein. Die Frau ist immer noch da stuck. Wir müssen die da retten. Shut up. Your data. Nächsten Monat zahlst du WLAN. Fortune Cookie. Haben wir Fortune Cookie? Ne, ne? Ähm. Tanatus. Little Fray. Ja, hier. Wann gibt es mal wieder ein 24er? Gachiv. Brutal Underground. Red Triangle. Und The Hall. Die haben wir alle drei nicht, right? Uhu. WLAN nicht vergessen. Okay. Ich hoffe, ich habe keins vergessen, Chad. Wir müssten es jetzt fertig haben. Oh. Okay. Das sind jetzt unsere Notizen für den Run. Holy fucking shit. Okay. Let's go. Red Triangle. Oh ja, hier. Huge. Gute Arbeit, Chad. Gute Arbeit. Und Don't Waste It. Wo? Hier. Gute Arbeit. Geil, 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 geil. Secure Drop habe ich glaube ich, oder? Achso, Secure Drop ist auf der ersten Seite. Das habe ich hier schon markiert eigentlich. Gab es die nicht oder was war mit denen? Was war mit Secure Drop? Was habe ich dazu gesagt? Oh, die gibt es nicht. So. Und die Passport-Seite habe ich glaube ich schon durchgestrichen, right? Okay. Passports are us? Oh ja, true. Okay, so jetzt. Oh, ey Junge, das ist so ein schwitzender Shit. So jetzt sag ich es. Da platz mir der Sack. Eure Donuts sind verdammt nochmal unlustig, ihr kleinen Pisser. Habt euch lieb. Casanova. Halt wahrscheinlich meine Mom donated, oder? War meine Mutter einfach. Okay. So, favoritifisieren. Jetzt müssen wir die alle hier haben. Perfekt. Arschgelle Nummer. So. Dann fangen wir auf dem ersten Vicky an, oder? Ja. Okay. Okay. Jetzt switchen wir mal WLAN. Müssen wir jetzt kurz warten. Oh. Habe eben bei Wade Watch, das hat keiner angenommen. Geil. Er hat einfach die Leertaste vergessen, Bro, und komplett seine Dono gefickt. Arschgelle Nummer, Doc. Fuck. Ihr müsst in der Tatsache noch den Punkt machen, Freunde, sonst fuck der die Texas Speech ab. Weil der denkt, das ist ein Link, oder so. Takiro, danke für die 34, Bro. X5HZ96. Time Urban. Danke für die Stuffs. Kuss, kuss. Ne, wir haben noch keinen Key gefunden, wir haben gerade angefangen, Bro. You are me. Everything is boring. I am crying. Morgen wieder Schule. Naja. Feels bad, man. Gerade angefangen? Ja, mit dem Run. Mit dem Run gerade angefangen, genau. Digga, ich hätte nicht gedacht, dass ich einfach 36 Stunden in dem gottverfickten Game habe. Junge, 36 Stunden habe ich in dem Game, ich habe es noch nicht geschafft. Heilige Scheiße, das Game ist so komplex. Das Game ist so komplex. Oder will auch mal hier unser Passwort kommen, hallo? Sarah ist das Passwort, okay. Okay. Okay, jetzt geht der große Spaß los, Freunde. So, das hier ist die erste, right? Ne, das ist 3, 2, 1. Okay, dann packe ich die mal nach rechts. Okay, wir müssen als allererstes auf Brutal Underground gehen. Boom. Gibt's keinen Editor im Game? Doch, schon. Hier. Aber wenn ich was falsch mache, dann kann der da hinkommen und das löschen. Und wenn der das löscht, dann ist es halt weg, you know? Okay, warte, jetzt muss ich mal gucken. Das Spiel ist so schwer wie die Prüfung deines abgebrochenen Studiums. Ich weiß nicht, ich kann es nicht genau tellen, weil ich... Raus aus meiner Augen. Und es nicht so weit gemacht hat, das Studium. Okay, wir müssen jetzt kurz hier gucken. Okay, wir müssen bei Brutal Underground bei Index 6CP. Was heißt das genau? Afterclick here 6CP. Was heißt dieses 6CP? Was bedeutet das? Ah, Clickpoint, okay. Boah, okay, auf der Startseite gibt es 6 Clickpoints hier. Sorry, dass ich mich wiederhole, aber ich glaube, dass du die Zeit bei ihr mehrere vergessen hast. Äh, ich glaub nicht. Okay, wir müssen in dem ersten Paragraph bei der zweiten Zeile bei These Girls Are Not Actors klicken. Dann, second paragraph, first line, we make our own content and accept videos. Bei Videos. Ist nix. Dann Fake. I like German Sparkle Party, Sparkle Party, Sparkle Party. Dann... Going. Und dann Unloading. Und dann Want More. Boah. Okay. Dann Sign Up. Dann Sign Up. Bro, das ist krass. Der Speedrun ist alleine bei 11 Minuten, Junge. Okay. Okay. Dann hier... Haben wir... Kein Key. Okay. Dann müssen wir bei The Middle Photo. Dann... First Line Only I Give Serious Buyers. Dann... Videos Individual Priced. Dann... Escrow und Encryption. Und dann die E-Mail anklicken. Okay. Hier ist nix. Digga. Alter. Das ist ja so kompliziert. Holy fucking shit. Boah. Meint ihr, ich muss direkt schon das WLAN ja switchen? Ja, ne? Ich war echt lange da drin. Junge, es wäre doch einfach safe schneller, einfach alles durchzuklicken. Meint ihr, es soll ich einfach... Das Ding ist... Auf der Seite, okay, check ich. Aber es gibt Websiten, Bro. Da ist richtig viel Text, Alter. Und das ist dann nicht so easy. Imagine, das sind echte Darknet-Bilder. Kevin Instant Ban from the Bitch. Ja, ja, ja. Jetzt wird wieder in die Hände gespuckt. Wir steigern das Proto-Sozialprodukt. Ja, ja, ja. Jetzt wird wieder in die Hände gespuckt. Wir steigern das Proto-Sozialprodukt. Ich denke, das war einer meiner Lydling-Songs als Kind. So ein guter Song, man. So ein guter Song. Es gibt einen Streamer-Modus in dem Game. Den haben wir an. Die Bilder, die ihr seht, sind die, die durchkommen. Es gibt teilweise richtig abgefuckte Scheiße. Es kann vorkommen, dass die Nachkommen mit dem Einkommen nicht auskommen und dann vollkommen verkommen umkommen. Ganz was anderes habe ich mal... Ich glaube, ich kann das Freebie dann auch benutzen. Die vorletzten beiden Bananen gegessen. Keiner wusste, ob nur noch 1,2 oder keine da sind. Was? Ja, ja, ja. Jetzt wird wieder in die Hände gespuckt. Wir steigern das Proto-Sozialprodukt. Ja, ja, ja. Jetzt wird wieder in die Hände gespuckt. Ah, 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 ah. Ich denke, ich wurde instant gehackt. Einfach. Wird man schneller gehackt in einem Free WLAN, oder was? Oh, ich habe so keinen Plan, worum es an diesem Spiel geht. Help. Bitte weg hier den Tag... Wir müssen eine, also es gibt eine Website im Darknet. Okay, die kidnapten Leute, wie zum Beispiel euch, wie zum Beispiel WECOM94 im Chat, okay, drücken dann WECOM94 im Chat eine Kamera in die Hand und sagen dann, hey Bro, stream dich selber und dann darf man den Online-Chat entscheiden, ob er stirbt oder nicht. Okay, also jetzt hier im Game. Und wir versuchen die Seite zu hacken. Und wir versuchen dann diese Seite zu hacken. Und dafür brauchen wir acht Keys. Die Keys sehen immer so aus. Da steht eine Zahl von 1 bis 8 und dann. Okay, ungefähr so. Und dafür machen wir acht Stück, dann haben wir das Game geschafft. Dabei dürfen wir uns nicht erwischen lassen von den Cops und von dem Killer und von dem Typen, der Frauen ohne Arme und Beine verkauft und von dem Typen, der unten so atmet. Das ist basically alles. Alright, dann gehen wir auf Cry Bitch. Und genau, wir müssen halt damit die Cops uns nicht erwischen, häufiger das WLAN switchen, you know. Okay, bei Cry Bitch müssen wir, lass mich kurz gucken. Boah Junge, das ist wirklich Filme, Alter. Cry Bitch. Okay, hier. Also Cry Bitch Logo. Dann The Word Screaming Abuse. Die Frage ist wirklich serious. Okay. Was hast du studiert und warum hast du dein Studium abgebrochen? War es aus finanziellen Gründen? Weil es keinen Spaß gemacht hat oder zu schwer war? Ich überlege nämlich auch, ob Ausbildung oder Studium... Private Logo. The Word Login Key. The Login Button. Okay, war nix. Okay. Aber warte, ich hab... Nein, ich hab hier nicht die Quellchecks angeguckt. Okay. Soll ich nochmal zurückgehen? Auf Save? Was denkt ihr? Ja, komm, machen wir, wa? Ich hab Elektrotechnik studiert, Bro. Und ich hab abgebrochen, weil ich das... Weil ich einfach nur... Auf gut Deutsch, Bro. Ich saß in dem Studium. Es hat sich angefühlt, als hätte ich eine Vorlesung auf fucking Chinesisch. Okay, ich hab nix gecheckt. Ich hätte es verstanden von meinem Brain her. Ich hätte aber sehr viel Arbeit reinstecken müssen. Und sehr viel drumrum lernen müssen und so, you know. Stattdessen hab ich den ganzen Tag einfach gestreamt und hab Counter-Strike gespielt. Und dann kam der lustige Part, wo ich aus irgendeinem Grund einigermaßen Erfolgreich damit wurde. Und dann hab ich meiner Mom vorgeschlagen, hey, ich will das Studium nicht mehr machen. Ich glaub, ich würde stattdessen einfach Streaming probieren. Und... Dann hab ich einen unfassbar legendären Reddit-Post damals gemacht. Passt auf. Auf meinem alten Reddit-Account. Und zwar diesen vor acht Jahren. Mein Englisch war fucking garbage, oh egal. Hey guys, at the moment I have a big issue with my job career. First, I'm a professional livestreamer for circa... Das sagt man so im Englischen nicht. One year now and since then I get over 1k viewer every day. If I could spend more time into streaming, I definitely would get bigger than I am now, but I'm studying at the same time. At the moment I could start a living out of Twitch money, but what if the Twitch hype is over in some years? I know, that is my own decision, but what do you guys think about? Twitch as a job, yes or no? Sorry for my bad English, I'm a German streamer, by the way. So, boom. Dann bin ich hier in die Comments gepoppt und dann haben richtig viele Leute geschrieben, hey yo, du kannst auch immer noch später studieren, ich würde es auf jeden Fall machen. Also eigentlich so neun aus zehn Atzen haben gesagt, ich soll es machen. Vor allem er hier, ähm, der Typ hier. Und der meinte, dass es quasi, dass ein, äh, dass das Twitch extrem abgehen wird in den nächsten Jahren und dass ich good to go sein sollte, was die Plattform angeht. Und ja, ich hab ein bisschen Gänsehautes zu lesen, das ist echt süß. Und dann hab ich meine Mom gelabert und meinte so, yo, äh, ich würde es tryen und so. Und dann hat meine Mom gesagt, yo, ich hab zwei Jahre Zeit, weil ich genau zwei Jahre jünger war als alle in meiner Klasse. Und das ist jetzt halt acht Jahre her. Wenn man, in dem man sieht, leicht gehackt werden kann, kommen wir nun zu unserem heutigen Sponsor. Mit NordVPN... Reddit-Mate-Papa-Platte. Wenn ihr im Netz unsichtbar seid, holt es euch jetzt. Mit dem Code Papa-Pussy bekommt ihr drei Monate kostenlos. Boah, meint ihr, ich kann NordVPN irgendwann mal dazu tricken, dass sie mir den Code Papa-Pussy geben, Alter? Ja, 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 jetzt wird wieder in die Hände gespuckt. Wir steigern das Protosozialprodukt. Was ist das Ergebnis einer Kreuzung von einer Kuh und einer Ratte? Murat. Bänger. Okay, die nächste Website, die wir abchecken sollten, ist... Oh mein Gott, Jesus. Ähm... Endgrave. Boah, wir gehen hier richtig auf Tryhard rein gerade, das ist geil. Okay, wir gucken erst mal, ob wir hier irgendwas finden. Und dann müssen wir die Seiten drücken, okay, warte, wie heißt das, Endgrave, right? Von den Bildern bekomme ich heute Albträume. Ja, Mann, same. Okay, the number nine. Dann, Control, we will have control. Okay, dann... Dann, statues that wear. Dann, a photo of three triangles. Red Paragraph with the Bob in second line. Dann, same, flash and remove. Okay. Dann müssen wir hier in dieses Gate rein. Ich glaube nicht, dass wir schon das WLAN wechseln müssen, um ehrlich zu sein. Wollen wir mal checken, ob die Cops uns schon gebastelt haben? Nee, haben sie nicht. Okay, jetzt müssen wir hier, the photo of the lady. Dann gucken wir nochmal im Quelltext. Seht ihr hier ein Key? Nee, ne? Ich glaube nicht. Dann, the gate is open. Oh, mein Herz. Okay, jemand meint auf der Website da auch noch, auf dieser Hilfe-Website, dass wenn wir gehackt werden, läuft die Zeit weiter. Das heißt, wir müssen jetzt, die Zeit läuft, die hält gerade nicht an von dem WLAN. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall danach raus. Okay, watch this. First try, easy. Fuckin' easy, Junge. Ey, vielleicht try ich den 1-3-3-7-Modus irgendwann mal durchzuzocken. Ich hab zwar noch nie den normalen geschafft nach 36 Stunden, aber vielleicht try es trotzdem mal irgendwann. Okay, the gate is open. Und dann the ground is... Ground, dead und feet. Okay, manchmal spotest du, glaube ich, auch auf unserem Desktop, right? Okay. Okay. Alright. Okay, neues WLAN Wir cracken kurz das WLAN hier Und ich glaube, dass wenn wir Während wir das cracken, können wir uns kurz Wollen wir uns jetzt was kaufen? Wir haben 41 Coins Sollten uns langsam was kaufen Was ist denn das Smartste, was wir uns gerade kaufen können? Mit einem Wifi-Dongle-Level 2 Kriegen wir mehr WLAN, brauchen wir nicht Wir können noch einen Remote-VPN holen Oh, die abschließen Wir können mehr Wozu die Musik gerade? Das ist wichtig Sonst kann der uns hören, der Killer Okay, Evidence locker Wir müssen irgendwas kaufen Ich überlege gerade, was wir uns am besten kaufen Okay, okay, okay Boah, Digga Dann mache ich das mal wieder auf hier So, alright Wir müssen bei Official Media einmal reinklicken First Paragraph, Second Line Government So, dann Second Paragraph, First Line Confiscated Dann Third Paragraph Content is Leaked Und dann Involve Und dann hier Okay, eigentlich müsste es so eine Art So eine Art Sound geben Oder so Wenn wir einen Key bekommen Wenn wir durchs Klicken bekommen Oh ja, Backpack Backdoor-Hack Den Backpack-Hack Wer kennt den guten Oh, wir kaufen uns den besseren Hack hier, right? Was war das für ein Piepen? Oh nein Mir fehlt genau ein DOS-Coin, Junge Egal Sag mir Bescheid, wenn hier um 45 steht Hier nicht so mehr Okay Ich finde es geil, wie wir im Streamer-Modus sind Und Rape-Cases Murder-Cases Sind hier Bilder Die kann ich sehen Aber Autopsie kann ich nicht sehen Perfekt Okay, was müssen wir alles klicken? Wir müssen Oh, wir haben 45 Let's go Danke, Jungs Wir müssen gleich aus dem WLAN raus Evidence Rape-Case-Section Video Evidence Okay, ist nix Dann The Photo in the Murder-Case-Section Dann Suicide-Case-Section The word Suicide Dann The Photo in the Assault-Section Dann Military Operations Dann The Photo in the Police-Rate-Section Okay Dann haben wir alles Ah, dann gibt es noch diese hier Boah, soll ich erst mal WLAN-Switchen? Ja, ne? Dann gehen wir jetzt bei Suddenlink rein Horses Oh, ist das intense, Alter Okay, wir müssen eigentlich anfangen Neue WLAN-Dinger zu hacken Okay, hier müssen wir Ähm, first paragraph Ähm, second line Criminals Done In der Rape-Section das Wort Rape Oh mein Gott Oh mein Gott Oh mein Gott Oh mein fucking Gott Let's go Okay, das heißt, damit sind wir fertig Wir müssen hier auf der Seite noch ein Key finden Dann haben wir es Okay, also Scheiße, welches war das? Ich glaube das hier, ne? Evidence locker So, da haben wir auf jeden Fall einen Key gefunden Digger Alright, als nächstes gehen wir bei Warte mal, welche Uhrzeit haben wir in Game? 11 Uhr 1 Das heißt, wir gehen jetzt bei I am here rein, würde ich sagen Und dann müssen wir noch bei Forgive me rein Erinnert mich bitte dran Forgive me dürfen wir nicht vergessen Und Brutal Underground haben wir, glaube ich, auch noch nicht gemacht, right? Okay, das ist jetzt ein Kind of Trip Oh, das ist wieder die Seite, Digga Dieser Digga, warum fall ich jedes Mal drauf rein, Bro Das ist wieder dieselbe Schilliest-Seite Okay Ähm I am here Okay Oh mein Gott, Alter Okay, in der vierten Reihe Bei 011000 Müssen wir klicken Dann die zwölfte Reihe Oh mein Gott, wie mach ich das? Ich fahre einfach durch, oder? Das ist die bessere Strat Oh mein Gott, das ist zwar hier Ey, kannst du nicht mehr merken, dass ich hier war? Ich weiß nicht, ob ich gleich noch mal hier lasse Nachbar 5 0 5 Sorry, ich melde mich da an der Stelle Entschuldigen Boah, wie viel Abo, Alter Boah, 68 Dollar, Junge Let's fucking go Wollen wir einen Motion Sensor kaufen? Dann hören wir, wenn der Killer kommt Dann brauchen wir halt einen Piepen Aber wie macht man das Ganze ohne dem Guide mit den Websites? Rausfinden Das geht nicht anders, Bro Du kannst alternativ einfach alles durchklicken Aber das kostet dir richtig viel Zeit Und dann musst du dir merken, wo das war Glaub mir, ich hab nicht 35 Stunden in dem Game, weil ich fucking garbage bin Ah, maybe, maybe vielleicht Das sind einfach unfassbar gute Games Aber ich find's geil, weil es ist voll Es hat voll krass die so Replay-Value Also man packt es halt nicht nur einmal durch und dann ist gut Sondern man Digga, also ich mein Also for real Ich hab kein Horror-Game gespielt jemals, wo ich 35 Stunden gewastet hab Puh, okay, wir sind fast durch Boah, ich muss mich beeilen Danach muss ich das wieder dann unbedingt schnell switchen Okay, so Und jetzt nochmal hier die 65 Okay, und dann noch Das war's Okay, dann raus hier Wir dann switchen Bitte jetzt nicht die Cops, die unser Arschloch ficken Das wär awesome Der kann auch hier mal im Raum stehen, ne Der eine Atze Also nur, damit ihr's mal gehört habt Oh, da habt ihr ihn gesehen? Der war ja gerade Da stand der gerade auf unserem Balkon Und guckt uns zu, der Wichser So Okay, das heißt, wir müssen jetzt kurz nebenbei Wir müssen jetzt nebenbei ein besseres WLAN hacken Soll ich mir kurz ne kleine Guide durchlesen, wie man das bessere WLAN hackt? Ich hab's noch nicht einmal geschafft, Bro Ob's da vielleicht irgendein Strat zu gibt oder so Gucken wir mal ganz kurz Ah, oh mein Gott, hier sind Cooldown seconds Und hier steht ne perfekte Injection amount, Digga Boah, wollen wir den usen? Ich weiß nicht ganz Ja, machen wir, oder? Boah, ist das kompliziert, Alter Okay, es sind im Grunde immer, äh, immer unter 60 Das heißt, wir können maximal 64 machen Und es sind immer 12 Sekunden Mehr müssen wir nicht wissen Okay Ja, Bro, für jemanden, der das halt durchspielt Ich hab's an drei verschiedenen Tagen gespielt, you know Ey Männer, wenn's so einfach ist, dann könnt ihr's gerne auch einfach mal zu Hause spielen Das ist no joke schwer Redsman hat's vier Stunden gespielt, hat nicht ein Key gefunden Nicht mal ein Junge So, Channel 2 Und 83 ist die perfekte Mount So, und dann müssen wir immer drei Sekunden warten Dann können wir den nächsten Attempten machen Okay, jetzt müssen wir als nächstes zu Forgive me, das dürfen wir nicht vergessen Dang, ich bin so im Sweaten, Alter Ey, ich hoffe, es bocht für euch trotz, dass ich jetzt hier gerade diesen Walkthrough use Aber es ist so tricky, Alter Holy shit, ist legit possible without Oder ich muss halt alles anklicken Und das hab ich schon ein paar Mal versucht, Digga Das dauert Jahrhunderte Okay, let's go Oh mein Gott, ich hab grad super viel Zeit geblowt Oh mein Gott, warum hab ich nicht auf Pause gemacht, ich vollidiot Okay, ähm, wir müssen auf Forgive me Okay, wir haben 79k, wir können irgendwas kaufen Warte mal, wir sollten irgendwas kaufen kurz Also, wir kaufen auf jeden Fall mal ein Backdoor-Hack Und sollen wir Wir können halt auf die Key-Queue sparen Wir können halt auf den Motion-Sensor scheißen Da müssen wir halt nur Ähm Ähm Da müssen wir halt nur ordentlich gut hören Okay, hier ist Nix Ich hab im Quelltext nicht geguckt Warte mal, wir müssen nochmal zurück Boah, ist so ein Tryhard Shit Okay, hier ist Nix Boom, nächste Seite Okay Äh, das nächste ist Keepsake Aber wenn der auf dem Balkon steht, kann der nix machen Du darfst ihn nur nicht angucken So, das ist so ein Typ, der irgendwie so Genitalien oder so einlegt Oder so Tiere oder irgendwie sowas Kein Plan Ähm Okay, hier ist kein Key Ähm Wie heißt die Seite nochmal? Keepsake, ne? Okay The Yellow Jar Photo So, dann First Paragraph Äh Second Ach nee, warte, ich bin verrückt What I do Section 8 Line What I do Section 8 Line Äh I will preserve whatever you want Okay Dann Ähm Who I am Boah, ich kann auch einfach so drüber fahren Ich weiß nicht, meint ihr, das ist schneller? Als da immer hinzugucken Ja, ich switch wieder nach der Seite Oh my god Jesus Du misst dann safe was Ja, glaube ich, ehrlich gesagt auch Äh, wir ruchst es Elektron Nico Live Primax Danke für die Subs Kuss, 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 kuss Kiffi, dank, man Alright, let's go Bro, wie viele, alter Abo Easy Okay, das müsste uns jetzt richtig viel Kohle bringen Boah, Junge, 86 DoS-Coins, Männer Ey, wenn wir 300 Äh, nee, 267 haben Dann können wir uns so ein Ding holen Das zeigt uns an, ob der Key auf der Seite ist Bro, wenn wir das haben Dann können wir auf jeder Seite sehen Ob da der Key ist Und dann brauchen wir nur noch durchklicken Und dann Ist no-brainer Ist fucking no-brainer Dieses hier Okay, 375 Scheiße, das ist echt teuer, Mann Okay Ähm Ich glaube, ich gehe das doch so durch Also Do I have a reason Second paragraph Do I have a reason Ah, nee Äh, who am I-Section relocated In der vierten Line Ja Okay, dann Äh, der Formel Äh, Section Ist diese hier Äh, das Foto, okay Dann Shipment Section Fortline Important Okay Und dann Content Section Zweite Line Das Wort Equipment Okay Äh, ist nicht Dann haben wir hier schon geguckt Ja, ne Okay, und dann raus aus dem WLAN jetzt Äh, wir switchen aber vorher noch kurz die Seite Es gibt nur diese eine Okay, boom Dann haben wir fertig Wechseln wir WLAN Dann rein ins Scooter SS-WiFi Das ist, das Passwort ist Sarah Boah, ey Wollen wir no joke scheißen Auf die ganzen Upgrades Scheiß drauf, oder? Juckt Wir gehen für dieses Key-Ding Wir gehen full in Wir gehen all in, Alter Okay, der nächste ist Number Station Haben wir gerade 30 bis 44? Nee Dann müssen wir das noch machen Erinnert mich bitte dran Wenn, wenn 30 Minuten ist Okay, oben Dann One-List Oh ja, WLAN hacken Oh mein Gott True, true Das dürfen wir nicht vergessen Wir müssen das WPA2-Netzwerk hacken Okay, wie heißt das nochmal hier Was ich gerade eingeklickt habe? Äh, One-List Gibt es das hier? Einfach nur das GIF einmal anklicken Okay, next one Äh, Panty Sales jetzt Okay, das ist diese Hosenverkaufsseite Boah, ihr müsst unbedingt hören, Jungs Wenn ihr so ein Hört, so ein So wie, als würde jemand So eine Türklicke bewegen Dann müssten wir uns unbedingt verstecken Okay, das haben wir schon einmal gefunden Ähm Scheiße, wie hieß die Seite nochmal? Panty Sales Okay, alle Fotos müssen wir anklicken Und Erica and I Erica and I Und Laundry Okay, und alle Fotos Okay, und das war's Okay, nächstes Ich glaube, ich wechsle WLAN, oder? Oh, warte mal Oder sollen wir noch tryen? Vielleicht kriegen wir das gleich geknackt Sollen wir noch kurz warten? Vielleicht kriegen wir das geknackt Das WLAN Dann haben wir's frei Komm, bitte, Bruder Das wär krass Da war das Klicken Nein, statt ab war's nicht Das war der Stuhl einfach nur Bruder, gönn doch bitte dein Passwort, Junge 21, 22, 23 Nein, dann ist er hinter uns jetzt 21, 22, 23 Oh mein Gott Injection was successful Holy shit Oh mein Gott Let's go Wir haben jetzt ein WPA2-Netzwerk, Alter Das können wir richtig lange benutzen, glaube ich Ich guck mal ganz kurz, wie lange 34 mit Ingame-Minuten können wir das benutzen Bevor wir wechseln müssen Boah, let's go Boah, das ist überkrass Boah, das ist sehr, 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 sehr stark Jetzt brauchen wir eigentlich das WLAN nicht mehr hin und her switchen, oder? Den WLAN-Stick Weil wir haben ja jetzt eins, dann können wir doch immer swapen, ich guess, oder? Vielleicht sollten wir noch ein zweites WPA2-Netzwerk hacken, dann sind wir good to go Wir hacken jetzt den Bier-Typen Okay, Daniel ist das Passwort Moondai7 Moondai7 Wir haben Daniels WLAN gehackt Aber geiles Passwort auf jeden Fall, Daniel So Meint ihr, wir sollten jetzt nur noch in In WPA2-verschlüsselten Netzwerken chillen Die sind halt besser verschlüsselt und ich vermute mal, dass wir besser geschützt sind auch Ich glaube, wir sind aber auch besser geschützt vor Hacks und Hacks bringt uns Geld Also vielleicht sollten wir es nicht machen Okay, Pantysides waren wir, dann gehen wir zu Thanatos The Bombmaker erstmal Okay, wir müssen gleich, wenn es 30 ist, müssen wir bei Number Station rein Okay Okay Okay, last line, second paragraph All worthless Okay, dann third paragraph, third line, happily support Dann vierter Paragraph Second line, procedure Dann fünfter Profitant, oder so Dann sixth Reflect your love No time to reflect in love Ich sehe es nicht Wir klicken einfach alles durch, schnell Oh ja, oh my god Oh my god, imagine, genau jetzt kam die Türklinke This is why I love Bomb Okay, dann gucken wir noch in den Quelltags rein Okay, kein Tag Okay, raus Okay, dann wir cracken währenddessen das nächste Passwort Das nächste WLAN Okay, wann bin ich ungefähr reingegangen? Weiß das jemand? Wir haben 32, wir müssen jetzt rein in Number Station Wann bin ich ungefähr rein in dieses Netzwerk? Irgendwie so ein 30, right? Oder 29 oder so Das heißt, wir müssen mir Bescheid geben, wenn es ungefähr um ist Oder vielleicht ein bisschen davor auf Save Ähm Okay Okay Okay, die Nummer 67 einmal anklicken Dann Foto auf dem Numpad Dann Drei und sieben Dann Die Nummer 11 Äh, 111 und 21 Und das war's, okay Meint ihr das mal wirklich die Tüfe? Nee Kommen die Cops Oh mein Gott Oh nein Oh nein Nein No fucking way Wann hab ich denn geblowt? No fucking way Wir waren so weit Oh mein fucking Gott Ich war zu lange in einem WLAN anscheinend Oh Junge, das war ein kranker Trial Digga, jetzt guck mal, was wir jetzt alles löschen müssen Das 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 Und das Das sind unsere Notizen für den Run gewesen Oh man Wollen wir noch einen machen? Schreiben wir noch einen, right? Alright, let's go Ich glaube, ich kann's schaffen heute Okay, wir müssen schneller aus dem Internet raus So, Adam hält die Fresse Kasse Kann ich den WLAN zweimal usen? Nee, das geht nicht, Bro Ich muss noch mal gucken Ich Also schaut mal, wenn ich gehackt werde, ja Dann gibt's ja immer diesen einen Wo dieser Balken links und rechts Hin und her bewegt Und ich kann da halt entscheiden Wie viel ich da falsch mache Wenn ich alle richtig mache, dann kann ich gar kein Geld verdienen Und ich kann aber dafür schneller weitermachen Und ich glaube, wenn ich mehr falsch mache Dann wird das Reste danach schwerer Aber wenn ich das dann schaffe Kriege ich, glaube ich, mehr Geld Und das sollten wir mal gucken Weil wenn das so ist Dann sollte ich immer alles falsch machen Dann kriege ich nämlich richtig viel Cash You know Wenn schon ewig nicht der Strom ausgefallen ist Hast du geblowt Ähm Ah, jetzt kommt dener wieder mit seiner Drone Du kannst auf toten Seiten Hacks triggern Ich glaube, das geht nicht mehr Ich check nicht, wie es spannend ist Bei jemandem beim Internetseiten durchklicken zuzuschauen In Klammern respectfully Digga, er sagt Internetseiten durchklicken Bruder, ich grebe mir hier mein Leben ab Er sagt Internetseiten durchklicken Bro, what the fuck, alter Deutsche Wikipedia-Speedrun Okay, wir müssen jetzt grün finden Ich trau mich nicht mehr da hinten Ich hab keinen Bock, dass ich da wieder stuck bin Oh, Bruder, gönn doch bitte Jesus, come on Okay Am Balkon war kurz grün Ne, ne, das war gelb Wir dürfen hiermit halt nicht so viel Zeit verschwenden If possible Weil je mehr Zeit haben wir dann gleich Glaub ich, was hier oben ist Man, Junge, das war nicht grün Alter, wie sagen das jedes Mal, Leute Habt ihr alle eine Farbschwäche? Boah, die gibt es nicht eine grün-gelb-Schwäche? Ich glaube, das ist doch super common, oder? Man, Junge, da war nicht grün Shut up Digga, hier ist aber auch Es ist wirklich frech gerade Da war Free Free on God Schon wieder No fucking way Okay Ihr sagt, in meinem achten Gang Im Flur Hier Ganz oben im Treppenhaus Rechts von deiner Tür In meiner Zimmertür Man, Jungs, das wasstet über viel Zeit gerade Ich schwöre Treppe runter Da war ein Spot grün Ey, Nojo, wenn es jetzt zu lange dauert Sollten wir neu starten Das kostet richtig viel Zeit gerade Sag mir bitte, wo das hier einmal grün war Digga, als ob ich einfach das nicht erkenne, wie das grün aufleuchtet Das ist euer Ernst Wo, Sammy? Wo? Wo ist es, mein Junge? Da war es doch gerade Nein, what the fuck Alter Ja, Bruder Tear Run is over Tear Run is fucking dead, Alter Äh, Time Danke für die netten Worte, Bro Vielen Dank für die 10 Euro Kuss, kuss, kuss Vielen, vielen Dank, Mann Da war nicht eine Sache grün, Jungs Ey, braucht mir nicht damit kommen Dass da irgendwas grün war, Junge Bro, zieht euch rein, was für eine Werbung vorgeschlagen wird Rechts unten auf dieser Website, die ich offen hab Süß und saftig, reif und knackig Vorm Regal hast du die Wahl Exotisch oder regional Was ein Knaller Fette Knüller Lass die Angebote fliegen Wir sparen die ganze Woche lang Mit allem, was wir lieben Die Leute wollen mehr Rabatte, gar nicht so schwer Shop du Smart, Kaufland Card Und dann sparst du richtig hart Wir feiern Preisparty Mit Discount-Billig-Garantie Über 7000 Sachen Discount-Preise Lass es krachen Jetzt kommt Knoss hier links unten Discount-Billig Adam hat uns 30 Sekunden gezogen, wir fangen neu an Oh mein Gott, hab ich gerade die Website zugemacht? Nee Okay Discount-Billig Bis wann passiert nichts? 10, 20 Okay Alright, ladies and gentlemen This is the try Und ihr seid live dabei Let's fucking go Ich werde jetzt so krank reinsweaten, Alter Ihr checkt das nicht Okay Come on Ey, wenn ihr mir einen Clip zeigt, wo es grün ist Und es wirklich grün ist, gibt es die Filme, das war nicht grün Jesus, come on Okay Oder du solltest mal einen ganz aktiven Test machen beim Arzt, Digga Weil herzlichen Glückwunsch, du hast da auf jeden Fall eine Farbenblindheit, Bro Herzlichen Glückwunsch Digger Also wenn ihr mir erzählen wollt, hier war es irgendwo grün, ihr Vollidioten Wo war das hier grün? Erklärt mir Jesus, come on Wenn ihr das meint Das ist gelb Okay Ihr habt alle eine Farbspräche, herzlichen Glückwunsch Herzlichen Glückwunsch, Freunde Geht bitte zum Arzt und lasst euch untersuchen Und werdet bitte nicht Pilot, Digga Weil sonst jagt ihr das Ding aktiv in irgendwas rein Danke, Jungs, perfekt Hey Kevin, kennst du diese Streams, in denen Leute arbeiten und man kann mitmachen, um sich besser zu konzentrieren? So fühlt sich das gerade hier an Deadass Achso, du meinst sowieso Leute so studieren und dann so study with me ASMR Und dann läuft so ASMR-Mucke Und die studieren dann so Und es ist einfach nur stream, wie die so Studieren Ja, fühl dich, Bro Ich fühl mich auch ganz, als würde ich eine Klassenarbeit schreiben Es war for real grün Digga, Alter, geh da mit Photoshop rein Es ist nicht grün, Jungs Es ist jedenfalls nicht das grün, was wir suchen, okay Es ist vielleicht ein leicht gelb-grünlicher Look, whatever Aber es ist nicht das, was wir brauchen Das ist der Switch von Rot zu Gelb Abgeartes Schwarz-Blau oder Weiß-Gold-Kleid Flashbacks, Umi Chat, ihr seid dummkos Oh mein Gott Oh mein Gott, wirklich Das Kleid war blau-schwarz Wenn ihr da Gold gesehen habt, dann seid ihr dumm Und eure Mama kann nicht kochen Discount billig Dingalingaling Jede Mama kann kochen, sogar meine Die hat nicht mal Ah, okay Die hat nicht mehr Arme Okay Ich weiß nicht, ob es die Realität ist Weil dann wäre es krass, wenn man ohne Arme trotzdem kochen kann Das wäre ja huge Das wäre eine huge kleine Mama-Dub Oder ob es ein Gag ist Dann wäre es der schlechteste Gag auf Erden Ich kann nicht ganz tellen Alright, jetzt Come on, watch this chat Ich bin jetzt grün Beides, okay Mit Füßen schmeckt eh besser Oh man Oh Habt ihr gesehen? Das war grün by the way chat Falls ihr die Farbe noch nicht gelernt habt in der Schule Weiß ich nicht, vielleicht hattet ihr das ja noch nicht in der Grundschule Ist ja nicht schlimm So, alright Zeit Okay, wir müssen jetzt, wir haben jetzt 14 Ingenminuten Zeit Bis es 10.20 Uhr ist, um alle Dinger durchzugehen So, aber als allererstes checken wir, welche Seiten verfügbar sind und welche nicht So, alrighto Also chat, dann gehts mal wieder von vorne los, alter Puh Okay, also Äh, Seiten die nicht verfügbar sind Bug-Friendly Ne, wait Bathroom-Camps Der Part ist so nervig Bathroom-Camps Black Market Boom Burnt at the Stake Chosen Awake Ähm Depo Dedo Ähm Evidence Locker Eye Flash Trade Fortune Cookie Gibt es Ähm Hackers for Hire Ähm Hellroom gibt es Illuminati Und Legion Okay, den Rest gibt es Okay So, jetzt die Uhrzeiten Digga, meine Maus ist leer Digga, meine Maus ist leer einfach Okay, wir können Okay, wir können richtig unlucky sein jetzt Wünschen uns Glück, dass es nicht passiert Es kann jetzt passieren, dass diese eine Key, den wir brauchen bei Dollmaker ist und dann ist der Run basically geblowt Das ist vorhin passiert Ich mach eh bald meine Steuererklärung, also kann ich dir ruhig bisschen was an meiner Steuerknete abdrücken Absolut arzig deine Streams We love you kleiner als drei, kleiner als drei Okay Danke, Bro Kuss, 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 kuss Ich weiß nicht ganz, ob Steuern so funktionieren, also es ist jetzt nicht so, dass ich das Finanzamt bin, Bro Also du musst jetzt nicht irgendwie weniger Steuern zahlen, weil du es an mich abgedrückt hast Ähm, aber danke trotzdem Ich appreciate sehr den Support Ähm, 57 Number Station Und Your Daughter Your Daughter ist von 30 bis 40 44 Und Fortune Cookie haben wir Das ist von 45 zu 59 Und haben wir Little Friends? Nein Okay Dann haben wir noch Brutal Underground Red Triangle Und The Hall Die haben wir alle nicht, richtig? Ne, okay, dann können wir anfangen Okay, dann als erstes Borrow My Daughter So, und währenddessen versuchen wir das erste WLAN zu hacken Okay, wir müssen uns jetzt wirklich konzentrieren Chat Ich darf nicht länger als ein paar Minuten in jedem WLAN sein, okay? Außer jetzt gerade Alright Gut, als erstes wollen wir einfach nur die Seite finden, I guess Äh, Maruzzi, Legit, äh, einfach AMA, Noah Danke, Boys Hä? Deep Vape? Gibt es Deep Vape nicht, oder was? Sky Vape gibt es auch nicht, okay Okay Warum kann ich Deep Vape nicht anklicken? Habe ich irgendwas verkackt? Ah, ich glaube Deep Vape ist, glaube ich, Deep Journal Und die haben das einfach umgenannt Die ist, glaube ich, ne, wer meint das doch nicht so, ne Ähm, okay Welche Seite war das gerade, Chat? Evidence Locker, okay Alright, also, hier müssen wir drauf klicken Dann Government in der zweiten Zeile Dann, Confiscated Ich glaube, ich gehe hier einfach alles durch Ich glaube, das geht schneller Okay Kein Key in der nächsten Seite, Boom Achso, ne, wait, never mind Oh mein Gott, wir wollen doch gar nicht durchklicken Oh, das ist dumm, das ist... Time Waste, Time Waste, Time Waste Oh, fuck Okay, vielleicht machen wir es trotzdem kurz, wenn wir schon mal hier sind Ähm Boah, das ist gerade eine harte Zeitverschwendung, was ich heute mache Nee, 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 Wähler müssen wir noch nicht changen Alles gut jetzt gerade? Wir können bis 10.20 Uhr machen, was wir wollen Okay Okay Jürgen, was gibt es da für interessante Sachen zu kaufen? Ja Geht so Wir sollten nochmal kurz das hier abchecken Ob hier noch ein Code versteckt ist, das kann auch sein Naja, nichts gefunden, noch schnell Okay Okay Habe ich das schon? Nee, das habe ich noch nicht, okay Wir haben noch 17 Minuten Zeit Es kann sein, dass ich es jetzt gerade blow mit dem, was ich... Also, wie ich das gerade mache Ähm, weil eigentlich soll man erst die Links holen Das wurde vom Spiel empfohlen Ähm, aber egal Okay, ist hier was? Nee, okay, dann gibt es noch Pitchace Das war das, was ich vorhin noch nicht gesehen hatte What the fuck, Alter Come on, Junge, ich will den Run unbedingt schaffen Okay, wir können die Seite abhaken Hier ist nichts Okay, jetzt gehen wir auch schnell durch Das ist die Seite mit dem Auge Okay, Vincent ist das erste Passwort Okay, hier war nichts Quelldex nicht gecheckt, doch 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 Habe ich, habe ich, habe ich, habe ich, habe ich Oh, das ist diese Cum-Seite Oh, das ist diese Cum-Seite Okay, hier ist nicht der Link, weiter Die verkaufen so benutzte Kondome Und die sind so Und die sind so teilweise gealtert Und hier ist so eins, ein Tag halt und so Das ist ziemlich geil Ähm, halt Keepsake Ich habe noch zwei Minuten Boah, das wird knapp Das wird knapp, aber ist nicht schlimm Ähm, wir können es ja dann auch weitermachen mit dem nächsten W-Lan Okay, wir hacken schon mal das nächste W-Lan Aber wir haben noch eine Minute Zeit, äh, den machen wir noch und dann gehen wir weiter Okay Okay Und Raus Und Ins nächste Boah, das haben wir krass gemacht Okay Digga, das wäre so geil, wenn ich das Game endlich mal durchspiele, dann kann ich es endlich löschen und nie wieder anfassen Und immer wenn Leute fragen, wann kommt das Game mal wieder, sag ich so, Bro, ich habe es durchgespielt Junge, das wäre so huge Hier ist hier, nice Danach suchen wir Okay, wenn wir hier schon mal auf der Seite sind, hier können wir alles durch anklicken Hier gibt es nur eine Seite, dann haben wir die done Boah, wenn wir hier noch einen Key finden, wäre huge Okay, ist nicht So, alright, ladies and gentlemen Wir können Hier gibt es nichts und wir haben den Key Alright, let's go Okay, erinnere mich dran, wenn hier ungefähr so 25 ist, okay Dann switche ich meinen W-Lan Hey, wait, warum geht das nicht? Oh mein Gott, sag mir bitte, ich habe es kopiert, ja Okay, ja Aber ich habe jetzt half, oh mein Gott, Jesus Sorry, my bad Okay, so Boom, alright, Screenshot Und Neues Paint wird aufgemacht, ladies and gentlemen Okay, sehr, sehr gut Puh, okay, wir sind beim zweiten Paint Das ist huge Okay, jetzt müssen wir wieder einmal durchgehen, gar kein Bock Boah, ey, ich hoffe so sehr, dass ich das scheiß Ding jetzt bekomme, Alter Das wäre so krank Alright Bathroom Camps, Black Market Burn at Steak Cheap Surgery Cops for Sale Ähm Äh, äh, äh Don't Waste It Äh, das gibt es nicht Uncrave Evil Collection Ähm Flame Fuck You GameCat Heil Satan Happy Family Hop Burners Und jetzt nur noch Illuminati und Legion Die gibt es hier nicht, okay So, dann haben wir Brutal Underground haben wir nicht Red Triangle Haben wir, ist von 30 bis 59 Dann The Hall Haben wir nicht Dann, äh, Fortune Cookie, Tarnathos und Little Friends Little Friends haben wir hier Und dann Awe Satan 57 Äh, Don't Ne, Number Station Da ist jetzt wirklich ein Wunder, dass ich meine eigene verfickte Schrift lesen kann Äh, Fortune Cookie Tarnathos Das habe ich schon nicht, äh Borrow My Daughter haben wir nicht Deep Journal Haben wir nicht Don't Waste It Äh, You There Haben wir nicht Äh, äh, okay Und dann noch einen hier Okay, haben wir Alright, zweite Paint ist fertig Let's go Alright, rein da Okay, ich switch als allererstes das Passport noch Ah, ja Ah, ja So Okay, ich switch als allererstes das WLAN, glaube ich Right? Obwohl, ich glaube, eine Seite können wir noch machen So, und währenddessen cracken wir hier schon mal das nächste WLAN Warum geht es nicht, warum geht es nicht, warum geht es nicht, warum geht es nicht Oh mein Gott, ich bin in der Teile verrutscht, ich hässlicher Huren Oh, wir müssen zu Don't Waste It Ah, wir müssen erst erst zu Rule of Three Und ich habe vergessen die Seite zu, oh, Favoriten, oh mein Gott, ich bin so trash gerade Gut, dass ich die hier abgespeichert habe Okay Okay Zack Rule of Three Und jetzt switchen wir das WLAN Das Passwort ist 1987 Oh, das ist nicht gut, Digga, meine Acht-Taste ist kaputt Und immer wenn ich Acht drücke, dann mache ich zwei Achten Ähm Okay Swat Ink, sollen wir gucken Naja Wir sind noch good to go, ladies and gentlemen Habe ich einen Backdoor-Hack? Ja, ne? Habe ich einen Backdoor-Hack? Ja, ne? Habe ich einen Backdoor-Hack? Ja, ne? Okay, jetzt müsste es überdurchschnittlich schwer sein Oh mein Gott, ja Ja, 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 ja Ich glaube, es funktioniert meine Strat Und da ich unfassbar gut bin Müssten wir jetzt sehr, sehr viel Cash bekommen Okay, watch this, Postchamp 92 haben wir bekommen Holy fucking shit, das ist so huge Okay Oh mein Gott, wir haben eine Streak Oh fuck Okay Oh mein Gott, okay Ne, jetzt das letzte Oh, der ist ja so satisfying gewesen, oh mein Gott Alright Boah, das ist richtig unzähl, das kann man nicht kopieren da unten Oh, jetzt geht's, jetzt geht's Oder? Ne, das ist eine andere Oh Junge, jetzt muss ich das wieder abschreiben Ja F1 9 6 1 8 0 6 6 0 E A B 4 6 7 4 7 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 8 8 9 9 9 9 10 10 10 12 12 14 15 15 sogar resettet wird mich verarschen es hat sich sogar resettet es ist sogar andere reihenfolge jetzt digga oh mein gott gibt mir clip davon einfach holen wir treten sie anstatt e statt de dc wenn das klappt wäre krass und dann gehen wir aus dem weg dann auf jeden fall raus oh huge 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 okay good job jetzt bitte nicht die kauft weil ich zu lange im wlan war perfekt digga let's go wichtig habt ihr das auch gehört gerade ok wir öffnen das nächste paint ladies und gentlemen wir sind jetzt bei drei von drei paints das ist sehr sehr huge okay wir müssen jetzt nur noch einmal machen und es wird der letzte run sein weil dieses mal werden wir es durchspielen watch das okay bathroom camps gibt es nicht cheap surgery gibt es nicht cotton road gibt es nicht deep.web gibt es nicht family drugstore deep stream place gibt es nicht forgive me gibt es das gibt es das gibt es auch i am here gibt es ist evil gibt es auch religion gibt es nicht und das war's den rest gibt es und dann brutal underground ist von 30 bis 59 verfügbar dann red triangle dann the hall haben wir nicht fortune cookie haben wir nicht tanatos haben wir nicht little friends haben wir nicht aber satan von 30 bis 44 dicker wenn wir den run holen ich schwöre euch das wäre so sick deep journal don't waste it you there i am here so 0 bis 14 ok all right jetzt geht der spaß los freunde jetzt haben wir alles prepared und jetzt geht der spaß los ein backdoor wpa 2 und danach müssten wir safe sein ja 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 wie viele tabs ja wir haben aktuell das hier das hier das hier das hier ähm dann das hier das hier das hier das hier das hier und dann habe ich noch zwei seiten hier rechts auf meinem bildschirm offen das ist alles was wir gerade usen dafür ok hm stimmt das wichtigste habe ich vergessen und dann haben wir noch das hier falls es gruselig wird das ist alles was wir haben all right dann starten wir mit dem hier der shit ist so cursed ok wir brauchen auf jeden fall ein backdoor haben wir äh und wir müssen eigentlich auch aus dem website aus dem dinge raus habe ich beide abgespeichert ja ok perfekt dann eigentlich könnte ich auf diese wlans scheißen und direkt nen ah nevermind wir machen es schnell ähm probe tb 0 a 1 b u o 4 l 1 bis 1000 so ist euch falsch angegeben 0 a 1 w warte hä sind das noch die richtigen ok wir gehen wir machen mal kurz wir machen mal auf langsam dicker nicht dass die nicht dass die netten amjas uns gleich wieder in den arsch bumsen ah es ist eine 0 so jetzt kein eigenes wlan ist schon wack ja was soll ich machen bro kauf dir mal wlan smart danke für den insane tipp äh matto und gamerboy danke für die subs vielen vielen dank man wie viel keys hat kevin war kurz weg 0 wir haben den letzten run geblowt und sind wieder bei null aber wir sind vorbereitet wir sind so gut vorbereitet wie noch nie bro ok wir sind noch nie so gut vorbereitet gewesen wie jetzt es ist eigentlich impossible dass wir es jetzt blowen trust me wir dürfen nur das internet nicht blowen dann haben wir es kannst du bei dem stream der frau nicht einfach auf nein klicken dann stirbt sie nicht boom game durch oder voten das sind 1000 viewer die der frau zu schauen und von den 1000 viewern haben 500 entschieden dass sie nicht stirbt wir können die frau nur noch retten indem wir die seite hacken digga es ist auch wirklich die allerletzte der allerletzte port ist es digga 972 junge wen willst du verarschen alter wie lange dauert so eine runde bis hier in game 2 ist äh 2 am dann habe ich verkackt oder ich verkack vorher weil ich ein piece of shit bin und es nicht hinbekomme alle paar minuten meinen wlan zu switchen alter das wird aber dieses mal nicht passieren trust ok wir haben jetzt so 10 minuten roundabout 10 minuten also bis 50 sagt mir bescheid wenn es 50 ist ok so jetzt fangen wir an also was du brauchst 1000 bots um die frau zu retten die piss ich oh man ok mach mir nebenbei kurz das hier zk zf nf 6 7 1 bis 1000 so alright dann gehen wir auf borrow my daughter das ist noch nicht verfügbar dann gehen wir auf deep vape oh man ok das ist actually gut ne nevermind ich weiß nicht warum ich mich gerade aufgeregt habe das ist das ist unfassbar huge das ist unfassbar huge das bringt uns über viel cash ich darf das jetzt nur nicht belohnen ok ich glaub ich hab's 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 watch this watch this watch this watch this watch this ok 51 doss coins haben wir bekommen jetzt haben wir 100 sehr sehr gut ok wir haben hier den code aufgeknackt so 508 und crack ok boom ich glaube dieses deep vape gibt es nicht Okay, dann nutzen wir die Zeit Und wenn 45 ist Sag mal bitte Bescheid, dann müssen wir zu Fortune Cookie gehen Ich gehe vorher mal zu Herloom Das ist so eine Sperm-Seite Okay, wir müssen Description at the top Da müssen wir auf Collection klicken Dann Watery Semen in Condom Section Das ist diese hier Da müssen wir auf Latex Kondom klicken Dann The Photo in the Creamy Semen Dann The Photo in the Creamy Semen Dann Milky Thick Semen Müssen wir auf Thick klicken Und dann the last photo of the page Okay, und dann Quality Let's see vom game die musik war cool dass sie das gemacht haben verkraft dass die recht haben für ariana grande soll ich die wlan wechseln was denkt ihr ja ich weiß nicht ob das irgendwie eine regel ist dass wenn stromausfall ist dass man direkt wechseln sollte wir machen es einfach mal ich meine wir haben eigentlich kein problem wir können während wir das machen schon mal das nächste wlan versuchen zu hacken jetzt ein besseres die sind übertrieben schwer zu hacken aber wir sollten es hinbekommen so all right ist die kam section dann first line die diet okay hast du wait habe ich habe ich bei der ersten seite den quelltext gecheckt nene wo der knack mich nicht anders sonst knack ich dich und hole den asthmatiker der den strom ausmacht und dich weg macht zu mir folgen an der grunde nicht und both in the field section also hier okay wilde fotos by the way das ist 45 ja inject q u v i n h 0 b v z 3 64 mal das ist auf jeden fall easy so das geht so dann hier müssen wir anklicken ähm description at the top of discount watery semen dann refrigerated dann dish habt ihr auch die soundcard gehört oh wir brauchen ein backdoor ja ok 10.50 jahren wir müssen raus 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 jetzt bitte nicht die cops bitte nicht die cops alter ok so far wurden wir noch nicht von den cops gebastet wie weit ist ja wir sind relativ am anfang noch i guess ähm war kelvin das passwort weiß das noch jemand oh nein ich hab's nicht abgespeichert ich frage mich es sind immer die gleichen passwörter ich frage mich ob die pros einfach durch probieren weil es gibt so 10 passwörter oder so selbst probieren die einfach durch so dann brauchen wir noch äh äh was er klicken pgp key dann brauchen wir noch das hier und dann hier oben noch ok woran kann man alles game over gehen boah über viel bro die cops können kommen ähm es können ähm es kann ein killer kommen es kann ein typ kommen der frauen verkauft ohne arm und beine ähm es kann ein typ unten der wispert immer so der kann kommen ich vergesse die ganze zeit auf den auf den äh auf den quelltexten zu gucken ich bin auf dem balkon komm doch kurz raus kannst du mitraus squeeze danke bro ich würde umgehen auf dem balkon gerade kommen wahrscheinlich chillt da gerade der eine atze mit der maske achso ja der kann auch noch kommen den darf man nicht angucken jetzt passt auf watches 45 haben wir bekommen jetzt haben wir 149 sehr 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 huge so hier ist nix und hier können wir begin pgp hier können wir was anklicken oder hier ok ist auch nicht ok dann ist die seite gone all right dann haben wir die durch äh sagt mir bescheid wenn es 60 ist ja ziel ist es äh neun keys zu finden wir haben aktuell null äh acht sorry acht keys ähm wir müssen eigentlich noch schnell bei fortune cookie rein heirloom haben wir abgehakt ne fortune cookie müssen wir rein hier ok da haben wir nur 4 minuten zeit auf der website mit einem backdoor key ja ey sorry dass ich grad so voll in der zone bin ich will das ruhig tryhutten gerade ich will das scheiß game schaffen ok dann keepsake als nächstes ne wlan zwischen mir in 3 minuten würde ich sagen aber wir müssen wlan hacken ok machen wir gleich machen wir gleich äh keepsake ja ok die seite gucken wir uns noch schnell an und dann gehen wir dicker mann ist voll in der zone junge ich fühl mich wie ein richtiger hacker gerade ok das machen wir gleich wir switchen erstmal wieder an passwort ist 1987 ok wir müssen jetzt immer 64 injections machen und dann 3 sekunden warten und dann wieder und irgendwann steht hier es ist geknackt dann können wir das neue wlan rein freunde dann gehts ab alter dann sind wir haben wir einen richtig guten run wenn wir da nicht gebastelt wurden von den fucking cops alter dann sind wir huge im business ok ok what i do section achte line whatever 1,2,3,4,5,6,7,8 ok dann who i am relocated da dann ähm das foto dann shipment section da ist die vierte line das wort important dann contact section 2 equipment ok dann hier nix dann quelltext checken WLAN change ich hab doch gerade eben gechanged jungs nein 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 oh good oh good oh good ich hab gerade gechanged ich hab doch gerade gechanged das war für das letzte WLAN Jungs oh oh good oh good oh good wir sind good to go wir sind good to go alright die Seite ist durch wir haben fast alles durch von der ersten Seite jetzt müssen langsam Keys kommen sonst sind wir arschgefickt alter ok oh ja WLAN hacken true 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 ähm ok das heißt wir gehen als nächstes auf order of nine ich glaub das ist die Seite wo es das klopfen gibt das hört sich an als würde jemand klopfen aber es klopft nur jemand auf der Webseite oh mein Gott Jesus mein Herz alter hat er mich gerade erschrocken alter oh Lil Bro steht gerade an der Tür ok quelltext ist nichts ähm ok also oh mein Gott mein Herz oh god Jesus ich frag mich bei sowas immer erschreckt man sich da zu Hause als Zuschauer auch oh mein Gott das sind richtig viele holy shit ok oh 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 34 haben wir bekommen wir haben fast 200 das läuft geil ok ähm first paragraph second line many satanist beliefs auf belief müssen wir klicken dann last word first paragraph satanism dann second paragraph second line irgendwas mit judo religion dann müssen wir auf the photo of devil dann satan statue in the center of the bottom of the page und click both if it's left and right ok was damit gemeint ist achso ok ähm und das war's und dann gibt's noch join ok hier die seite müssen wir noch checken neuen backdoor ja und wlan müssen wir in roundabout 2 minuten changen also nach der website am besten und wir müssen das hier weiter hacken oh mein fucking god bro mein ADAS brain ist gerade so am arbeiten alter und wir haben immer noch kein key junge so the right hand first paragraph 4 und lucifer dann first paragraph last line irgendwas mit neophyte dann second paragraph embrace dann second paragraph fourth line bestowed oder so ok haben wir hier ist es nicht ok ok das haben wir alright dann raus aus den wehern disconnecten alright dann checken wir kurz ob wir vor den kopf gebastelt wurden wohnen wir nicht ok huge 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 alright dann hoffen wir dass wir jetzt langsam mal hier das passwort bekommen von dem hohen sohn 21 21 22 23 ich weiß nicht ob ich gerade den ob ich jetzt erstmal dieses gute wlan hier hacken sollte und wir da ein bisschen Zeit verlieren oder ob ich mit den schlechten wlan weiter arbeite wir aber dann können dann halt ich muss halt den stick umstellen you know und der kann dann nicht das netzwerk erreichen das heißt wir müssten anfangen ein anderes gutes netzwerk zu hacken you know ich glaube wir finishen kurz das hier komm komm bruder bitte hack 2 wpa 2 das ist perfekt ja ich glaube es reicht auch wenn wir 2 wpa 2 an einem ort hacken dann brauchen wir nicht mal mehr aufstehen digga dann können wir einfach sitzen bleiben junge das ist feifert shit komm on komm on komm on komm on komm on bitte 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 wieso immer nur 64 man darf das netzwerk nicht überlasten bei dem angriff deswegen mache ich immer kleine pausen und nur 64 angriffe pro angriff weil das sonst abstürzt und dann wie so ein dedos angriff you know dann stürzt einfach die fritzbox von dem atzen ab das ist basically was bei dominic die letzten drei tage passiert ist obwohl ne never mind redsmans fritzbox ist nicht abgestürzt aber redsmans internet ist fucking garbage oh mein gott wir haben es alright let's go ok du checkst quellcodes nicht doch schon doch schon doch schon ich habe es nur bei zwei webseiten vergessen und ich hoffe dass wir einfach lucky waren und es da nicht war wenn es da war hasse ich mein fucking verkacktes leben alter junge weil ich wollte nicht zurückgehen weil ich zeit sparen wollte wenn es da ist digga bin ich till the fuck muss man wlan jede 5 oder 10 minuten switchen kommt aufs wlan an bro ich switch es einfach so wie ich ungefähr nach gefühl mache ich denke so wir haben unser erstes gutes netzwerk chat das ist ein huge dub sehr 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 gut wir sind sehr sehr weit gerade wir checken nochmal kurz ob die cops uns gebastelt haben nice nicht gebastelt boah huge ok ok das heißt nächste website ist ähm pantysales das ist diese schlüpfer verkaufsseite ne nevermind die habe ich schon pay to rape 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 boah ey no das hat mich nicht so doll erschreckt aber danke bro er kann auch in dem raum hier stehen ich weiß nicht wann das passiert um ehrlich zu sein clean 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 sehr sehr clean alright pfu 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 Okay So, dann gehen wir auf die Rape-Seite Okay Boah, das Internet ist auch schneller, Digga Junge, let's go Wir haben jetzt so ein Upgrade bekommen Wir haben jetzt nicht mehr All die Talk, Junge Wir haben ja jetzt Fucking Telekom Das ist sehr, sehr gut Okay, hier gibt es viel zu machen Also Second Paragraph, Second Line Ich glaube, ich klicke einfach mal hier alles durch kurz Das geht schneller, als jetzt da alles durchzulesen Komm, gönn bitte einfach mal einen Key Wir müssen auch noch den Quelltext untersuchen Imagine, ich vergesse einfach aus Versehen Hier ein Wort anzuklicken Und ich finde dadurch den Key nicht, Junge Boah, ich wäre so sauer Okay Next Side Ey, wir haben jetzt 30 Minutes, ne? Ich weiß nicht, ich war nicht reingegangen Hat es irgendwer sich gemerkt Okay First Line Process Dann Und Location Okay, dann Can I do a Explained Dann Are you going to remember Section Second Line If you want Ah, das ist der Typ, glaube ich Der Leute verprügelt für Geld Bei dem wir gerade sind Last Section First Paragraph Second Line Okay, hier klicken wir einfach alles wieder durch Das geht schneller Irgendwer redet draußen True, WLAN Ihr müsst mich unbedingt an das scheiß WLAN erinnern, Jungs Okay, hier ist nichts Habe ich hier was übersehen? Ne, okay Next Side Och Gott Bitte, 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 bitte Gib mir Gib mir ein Key, Junge Los Alter, wir haben noch gar keinen Wir haben zwei Backdoors Ihr seht links oben Da sind so So ein So ein Tür-Symbol You know Ich denke, ich weiß es nicht Wir haben immer noch keinen Key Bro, also entweder sind wir richtig unlucky Oder blind Das sind die zwei Optionen, die wir gerade haben Okay Okay, das ist auch ein Hitman Das geht nicht aus irgendeinem Grund Keine Ahnung warum Ich glaube, die habe ich übersehen Dollmaker klicken wir nicht an Oh mein Gott, nein Oh nein, wir können richtig unlucky sein Es kann sein, dass ein Key bei dem Dollmaker ist Okay Das nächste ist Granddaddy Das hat so viel Pissen, Alter Wie scannst du in einer Sekunde den Quelltexte Ja, Bro Man sieht das einfach Okay, watch this chat Watch this Watch this Boah, Junge Alter, sind das viele inzwischen 124, Digga Oh mein Gott Oh mein Gott Das ist der beste Run, den wir hatten bis jetzt Holy shit Wir haben jetzt 300 Coins Wenn wir noch einmal gehackt werden Und 75 Roundabout 75 Wir verdienen auch über Zeit So, weil wir so ein Ding angebracht haben Aber wenn wir jetzt noch ungefähr 70 Dollar bekommen Können wir so ein Ding kaufen Was uns anzeigt Ob wir auf einer Seite sind mit Key Dann brauchen wir nur alle Seiten durchgehen Und dann haben wir es Bro, this copy it gerade Das ist huge gerade Das ist ehrlich groß Ich gehe kurz auf Toilette Und dann holen wir das Ding Wir dürfen es jetzt nur nicht belohnen Wir müssen jetzt auf dieses Türklinken-Ding hören Weil ich glaube, so langsam kommt der Typ In die Zeit Und dann po lure ich so Mathematine Und dannvio Ich gehe kurz nach Und dann version Und dann Ich gehe kurz nach Vielen Dank. Vielen Dank. One second paragraph. So, girls done third paragraph. Six line bottle of apartment. Ich frage mich, wie groß die Hitbox ist von diesen Dingern, die wir anklicken müssen. Imagine, ich aim einfach daneben. Worst case scenario wäre, wenn wir jetzt keinen Key finden. Dann bin ich der schlechteste fucking Atze überhaupt. So, all right. Ich verstehe zwar immer noch nicht, wie dieses Game safe for work ist auf Twitch. Und ich für 30 Tage gebannt wurde, als ich mein Handy am Steuer für eine Sekunde benutzt habe. Aber, egal. Okay, wir suchen Juicy Ass. Overheard Juicy Ass suchen wir. All right, hier. Da. Okay. Und dann ein Foto in Android 5. Okay. Hier war es nicht. Habe ich schon geguckt, right? Ja, okay. Dann Kontakt. Okay. Ey, wann bin ich in das WLAN reingegangen, Shirt? Wann bin ich in das WLAN reingegangen? Wir können jetzt 30 Minuten in dem WLAN sein. Ich weiß nicht, wann ich reingegangen bin, Tobianus. Ich glaube nicht, dass der Run geblowt ist, Tobianus. 11.11 Uhr. Okay, dann sag mir ungefähr Bescheid. So 38. Lass ein bisschen safer gehen, you know? Wir haben ein bisschen über 30 Minuten, aber wir gehen auf safe. Sexy G-Daddy, der Gute, Alter. Okay, so. Und dann haben wir Gallery. Ich weiß nicht, ob ich mich jetzt persönlich als Girl jetzt hier bei ihm melden würde. Bin ich jetzt ehrlich. Also die Seite sieht jetzt nicht so super professionell aus. Ich weiß nicht, ob ich dem jetzt schreiben würde vom Ding. Aber gut, keine Ahnung. Bro, wir haben heute so, kennt ihr auf TV Now oder RTL Plus, gibt es eine Onlyfans-Dokumentation, die haben wir heute angefangen. Und da ist so eine, die zeigt mich mal eher so Nude-Stuff. Und die macht einfach so Videos, wo die so raucht oder so und die macht damit fünfstellig. Bro, Digga. Ich will auch so einen Money-Glitch haben. Ah, fuck, warte mal, da war ja was. Okay, warte mal, was ist das hier für eine Seite nochmal? Granddaddy. Okay, boah, hier gibt's viel. Okay. Nee, wait, 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 wie heißt die Seite, chat? The Lie Within. Okay. Third Paragraph, first line, I smell you. Dann. Vierter Paragraph, erste Linie, Plage. Dann, letzte Wort im fünften Paragraph. Dann, Unwilling im achten Paragraph. Sechs, sieben, acht. Dann, Advances, das ist in der vierten. Boah, Junge, das wäre so geil. Ich darf, ich muss noch die Quelltext checken. Okay, dann. Neunter Paragraph, zweiter Linie, Damage. Okay, ist hier nichts? Ist es sonst hier irgendwo? Nee. Bitte sei hier irgendwo. Bitte, wir brauchen einen fucking Key. Ein fucking Key ist alles, was wir brauchen. Okay. Dann müssen wir hier noch draufklicken. Digga, kann auch mal hier sein komisches Bier-WLAN gehackt werden, Junge. Holy shit. Okay, was müssen wir hier machen? Wort Satan müssen wir hier mal anklicken. Und Eichjana C müssen wir anklicken. Und Nora S. Und rechts müssen wir Emily... Ach, scheiße, ich klicke einfach allern. Geht viel schneller. Jesus. Okay, wir haben wieder nichts. Alter, das läuft ja richtig beschissen. Es läuft richtig beschissen. Und es läuft immer mehr darauf hinaus, Freunde. Dass wir... Dass wir einmal bei dem Dollmaker einen Key haben. Das wäre richtig scheiße. Oder ich war blind. Eins von beiden. Okay, wir haben noch so ein paar Minuten, right? Okay, recent news section, third line. Wo ist das? Wait, ist das warehouse, ja, ne? Ah, hier. Wir haben einen Backdoor, wir haben einen Backdoor, wir haben einen Backdoor. So, Blood brauchen wir hier. Digga, ich find's krass, dass wir das wieder dann immer noch nicht haben. Wir haben fast 700 Tries. Äh... Oh mein Gott, oh mein Gott, Junge, du kleiner Bastard. Okay, okay, das ist huge. Das ist huge. Das ist huge. Das ist huge. Vielleicht kriegen wir jetzt genug Geld, dann kriegen wir dieses Key-Ding und dann können wir richtig durchspeeden. Das ist insane. Das ist insane, dass wir gerade gehackt wurden. Das könnte das letzte Geld sein, was wir brauchen. Oh mein fucking Gott. Wir haben genug. Ne, wait, uns fehlt noch 15 oder so. Nein, wir können's kaufen. Ne, wir können's noch nicht kaufen. Hä? Ah, okay. Wir können's noch nicht kaufen. Äh, wir brauchen noch 14, alright? Wenn hier 375 hier oben links steht, dann sagt bitte Bescheid. Holy shit. Okay, wir müssen WLAN langsam wechseln. Ich glaube, wir machen's mal auf save. Wir disconnecten mal. Und wir hacken jetzt einfach dieses WLAN hier. Und wir müssen eine Backdoor gleich kaufen, ja. Soll ich checken, ob wir gefickt wurden von den Cops schon? Bevor wir uns jetzt hier die Mühe machen. Wurdest du? Ich glaub nicht. Nein, oh mein Gott. Das ist sehr, sehr krass. Sehr, 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 sehr krass. Sehr, 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 sehr krass. Sehr, sehr krasser Run. Sehr, 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 sehr guter Run. Sehr, 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 sehr guter Run. Jetzt müssen wir nochmal fein dieses schittiest Netzwerk hier bekommen, Alter. Okay, wir haben wieder einen Backdoor-Hack. Was mit Killer? Den müssen wir hören. Der macht so einen Klinkensound. Du kannst den erst hacken, wenn du dem Bier bringst. Nein, oh mein Gott, let's go. Das ist jetzt ein bisschen schwierig, weil das hier so ein bisschen abgehackt ist, aber... Okay, wir haben das zweite WLAN, Jungs. Geil. Boah, das ist so gut. Jetzt müssen wir eigentlich nur zwischen den zwei immer hin und her switchen und wir sind good to go. Oh, wir haben jetzt wieder so 30 Minuten Roundabout. Wir machen mal 25 draus, würde ich sagen. Auf Safeness, oder? Oh, Licht aus. Ja, das könnte ich echt mal machen. Das könnte sonst nachher ein bisschen zu lange dauern. Okay. Huge Call. Okay. Weiter geht's, Männer. Okay, wo waren wir stehen geblieben? Wir waren auf Warehouse 33, ne? Okay, da muss ich noch Labworks, ey, und dann Expedition. Hier muss ich noch ein paar Sachen durchklicken. Digga, wir haben immer noch keinen Key. Das ist das Einzige, was scheiße gerade läuft, muss ich ehrlich sagen. Okay. 20 Test Subject. Ey, habt ihr auf die Uhrzeit geguckt, Jungs? Mach links noch das Licht aus, sonst schaffst du es nicht. Ne, das schaffe ich auf go. Komplett Licht aus ist, glaube ich, richtig dumm. Da war irgendwas. Oh, das ist gar nicht geil. Das ist schon das dritte Mal, dass das passiert. Der kann manchmal im Raum stehen. Also, es könnte ja sein, dass der jetzt hier steht. Ne. Oh, bitte einfach jetzt nix, Digga. Bitte jetzt einfach nix. Digga, Ari, hallo. Ari, WTF. Mach zu. Boah, jetzt ist die Frage, gehe ich nochmal ins selbe WLAN? Ja, aber. Ich glaube, das müsste eigentlich mal zu sein. Wir dürfen aber nicht, wir dürfen nicht ab jetzt 30 Minuten nehmen, you know? Wir müssen ab jetzt so 10 Minuten oder so nehmen, I guess. Also, lass uns einfach 54 rausgehen, okay? So, 20 Subjects. Okay, wir klicken einfach alles an hier. Hier müssen wir auch Sachen anklicken. Und wir müssen unbedingt, boah, soll ich noch einen WLAN hacken auf Casual nebenbei? Okay, kann ich eigentlich machen, oder? Dann haben wir noch eins. Ich meine, das ist vermutlich relativ smart. Okay, machen wir gleich, machen wir gleich. Wenn irgendwas lädt. Wir müssen die Zeit nutzen. Wir müssen unbedingt sagen, wenn links oben 375 steht, ja? Sehr, 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 sehr wichtig. Komm, Bruder, bitte, gönn. Bis dahin wirst du nochmal gehackt, ich hoffe. Okay, das ist die letzte. Wenn jetzt hier was wäre, wäre es so huge. Come on, bitte, Jungs. Quelltext, erste Seite, oben war ein Link. Ne, Link brauchen wir nicht. Links haben wir alle. Wir suchen Keys. Die sehen so aus, so 1 Bindestrich und dann irgendeine, so 8 Zeichen lang Zahlen und Buchstaben. Kann auch, also von 1 bis 8 natürlich. 1, 2, 3, 4 und dann Bindestrich. Und dann, ja. Ich denke mal, ihr checkt. Stell dir vor, ich habe einfach an einem Wort vergessen, vorbeizuklicken. Junge, wäre echt pisst. Okay. Oh mein Gott, das ist nicht gut, Digga. Wir haben jetzt fast alle durch. Wir sind jetzt nur diese zwei Seiten hier unten. Wenn die jetzt nicht beide das haben, dann habe ich was falsch gemacht. Okay, die sind auch gerade beide nicht verfügbar. Das heißt, wir müssen, okay, wir müssen diese beiden noch machen, Chad. Bitte erinnere mich dran, okay. So, das heißt, wir machen jetzt erst weiter mit der zweiten. Das ist dieses Paint hier. Okay, erinnere mich mal, wenn es oben 30 ist oder 0. Warum schreibt ihr Router und WLAN? Warum Router und WLAN? Was ist mit Router? Was meint ihr mit Router? Was meint ihr mit Router? Meint ihr hätten? Auf gar keinen Fall, auf gar keinen Fall. Aber den Router Spot wechseln müssen wir nicht unbedingt, müssen wir nicht unbedingt. Wir hacken einfach ein neues WLAN, würde ich sagen. Okay, gehen wir jetzt allererst auf Don't Waste It. Ah, nee, die können wir nicht, das können wir nicht, das geht nicht. Vielleicht werden wir gehackt. Auch, es geht, okay. Dann habe ich mich anscheinend vertippt da. Da ist irgend so ein Motorrad draußen. Oh mein Gott. Den ersten Key, ladies and gentlemen. Okay. Sehr, sehr huge, sehr, sehr huge. Okay, wir müssen ein leichtes WLAN switchen, Alter. Und wir müssen unbedingt auch einen hacken. Oh, fuck, Alter. Ich bin zur Verhaltenseite. Okay, wann wollte ich nochmal raus hier? Hat es irgendwer noch auf dem Schirm, wann ich hier raus wollte? 54, okay. Yo, sorry für die off-topic Frage, aber wie viele umhaben deine Kopfhörer und würdest du sie empfehlen? 80, Bro. Ja, man, die sind übelst geil. Ich feiere die sehr. Das Einzige, was nervig ist, ist, dass die halt kein... Ähm... Dass die nicht wilder sind, you know? Das ist eine Downside, in my opinion. Aber ansonsten 10 aus dem Kopf, euch liebt die. Ehrlich, sehr geil. Okay, hier müssen wir richtig viel anklicken. Du bist erst 11.40 rein. Okay, okay. Oh, oh, oh mein Gott, das ist so huge. Das ist... Oh mein Gott, oh mein Gott. Leute. Das ist so krass. Ich darf das jetzt nicht verkacken. Und dann haben wir dieses Ding, was uns anzeigt, ob wir gerade auf einer Website sind mit einem Key. Ja oder nein. Dann brauchen wir nur noch alle Dinger durchgehen und dann ist easy going. Mach nicht auf schwer. Okay, ich mach auf normal. Ja, das stimmt. Okay, das ist easy, das ist easy. Okay, ich muss es haben. Let's go. Okay. Oh mein Gott. Oh mein fucking Gott. Das ist so huge. Okay. Wir müssen... Eigentlich müssen wir währenddessen auch noch ein weiteres WLAN injecten. Das ist überwichtig. Langsam wird der Arzt gekommen, glaube ich. Boah, wir machen auf safe. Wir machen auf safe. Wir spielen das auf safe. Soll ich mal zur Tür gehen und gucken, ob wir gebastet wurden? Oh mein Gott, wir wurden noch nicht gebastet. Wir wurden noch nicht gebastet, Leute. Boah, das ist so huge. Das Ding ist, der Typ kam noch nicht. Und wenn der Typ kommt, dann müssen wir unbedingt... Unbedingt safe sein. Ich weiß nicht, ob die Sirene... Soll ich gucken, ob die Sirene irgendwas zu bedeuten hat? Nee, wenn man Sire eingibt, kommt nur Sexpartner. Okay. Dann würde ich sagen, machen wir kurz entspannt und hacken kurz dieses WLAN hier, right? Wir können Motion Sensors kaufen. Wir können aber auch einfach unsere Ohren aufmachen. You know? Wir hören den, so eine Türklinke hinten. Wir müssen nur das hören, ansonsten ist es unnötig. Ja, wir bauen unbedingt einen Backdoor, das ist true. Kann ich aber gerade nicht kaufen. Nein, ich habe ihn... Oh, ich habe es abschützen lassen. Ich vollpfosten. Ähm... Ah, ich muss bei den zwölf Sekunden warten. Scheiße. Okay, dann machen wir... Why did I order this water? Da kann man 67 hitten. Ey, was mache ich denn jetzt? Soll ich mit einem schlechteren WLAN weitersurfen? Soll ich mit den WLAN von davor weitersurfen? Ich kann eigentlich zu dem ersten WLAN switchen währenddessen, oder? Zu dem ersten guten WLAN. Ich glaube, das sollte good to go sein. Und währenddessen hacken wir das hier. Okay, wir müssen jetzt immer sechs Sekunden warten zwischen jedem. Nee, das dauert richtig lange jetzt, Jungs. Und wir müssen... Wir sind halt auch auf Zeit angewiesen, okay? Ähm... Wir gehen in dieses Ethical Hacker rein. Das Passwort war Douglas. Okay, wir müssen jetzt auf jeder Website unten rechts sehen, ob wir auf einer Key-Seite sind oder nicht. Das heißt, wir müssen jetzt einfach nur auf jede Website gehen und dann haben wir es. Ah, nevermind. Es installiert noch. Es installiert noch. Oh mein Gott. Wollen wir einfach kurz warten? Das ist eigentlich time-waste, wenn wir es jetzt ohne machen. WLAN trennen? Nee, das installiert, glaube ich, nur, wenn... Oh, meint ihr, das installiert auch, wenn ich das aus habe? Das ist die Frage. Nee. Wir scheiß auf den Motion-Sensor. Ich habe irgendwas gehört, so Rauschen-mäßiges. Ah, ja, in der Hintertüre. Ab. Kannst du kurz erklären, was abgeht? Nee, Mann. Wir versuchen gerade, acht Keys aus dem Darknet zu finden. Junge, installiert doch schneller, Alter. Was ist das hier, Bruder? Android oder was? Bruder, mach mal hinne. Sorry, sorry, Android sind viel schneller als iOS, my bad. Warum schreibt ihr F? Man hat den nicht gehört, oder? Oh, mein Gott, oh, mein Gott. Da war so ein Klicken. Nein, 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 nein. Oh, mein Gott, Jungs. Sag mal for real, ob da wirklich eins war. Okay. Ich glaube nicht, oder? Kannst du einfach alte Vieren, ich wünschte. Okay, jetzt kann ich sagen, dass hier hinten steht, dass wir von den Cops gebastet wurden. Alright, beides ist nicht passiert. Junge, insta-die dieses Scheiß-Ding jetzt. Come on. Fenster offen? Ja, das ist fein. Come on. Wir brauchen das nächste WLAN und wir brauchen das hier. Bitte. Wow, Motion Sensor ist eigentlich übersmart. Es gibt nur ein Problem. Unten, wenn wir nach unten, also auf dem Weg können wir gefickt werden von dem Typen. Unten können wir gefickt werden von einem anderen Typen. Und auf dem Rückweg können wir gefickt werden von dem ersten Typen. Wenn wir es dann aber schaffen, sind wir safe. Aber wenn wir, das Ding ist, es ist wasted, wenn wir einfach aufpassen, you know. Wir hören den Typen diese Klinke machen, das hört sich so an. Passt auf. Der ist Sound. Den hören wir. Okay. Auf den müssen wir achten. Wenn ihr den hättet, da war es. Ah, danke, Bro. No shit. Der ist aber nicht so laut im Game. Ja, I know, I know, I know. Aber das höre ich, glaube ich, trotzdem. Das Ding ist, ich kann halt das Game auch sehr laut für mich machen. Ich weiß nicht, wie smart das ist. Sag ich ehrlich. Junge, come on. Es ist fast installiert, Jungs. Jetzt ist das nächste WLAN-Dicker und wir sind good to go. Oh mein Gott, let's go. krank. Okay, warte mal. Auf welche Website gehen wir jetzt? Es ist 0 Uhr, dann gehen wir auf you there jetzt. Hier ist kein Key. Alter, ich hoffe, ich kann mich jetzt auf das Ding verlassen, Alter. Ey, ich muss jetzt eigentlich nochmal auf jede Website hier gehen, right? Ja, WLAN-Switch, I know. Boah, unser WLAN ist so schnell. Okay, hier ist nichts. All right, ich würde sagen, wir machen kurz den chilligen. Wir machen den smarten. Wir versuchen jetzt das nächste WLAN einfach zu hacken, right? Okay. 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 Nein, mein Jungs, Shut the fuck up. Hört mal auf, das zu sagen. Da war nicht diese Türklinke. Was hier für Scheiße da war. Die war da nicht. Nein, nein, Shut the fuck up. Was ihr hört, ist das. Das ist das Problem. Oh mein Gott, oh mein fucking Gott, Alter. Leck mein Arschloch. Let's go. Wir haben endlich das Ding hier gehackt. Jetzt haben wir drei WLANs. Ich weiß nicht, was die Messer von WLAN ist. WLANi. Come on, gib mir das Passwort. Wir sind. Ein Stück. Okay. Jetzt müssen wir durch alle Webseiten durch und aufpassen. Das werden wir ja wohl hinbekommen, oder? Boah, ich hab wirklich gar keinen Bock mehr. Das ist das vierte Mal jetzt. Oh mein Gott. Was muss man machen, wenn ihr da steht? Einfach weggucken? Ich weiß es nicht mehr. Er steht immer noch da. Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es nicht mehr. Okay, er kann jetzt auch in unserer Wohnung stehen. Oh, direkt am PC. Digga, direkt wieder am PC, Junge. Oh, am PC fühle ich mich wohl, wirklich. Okay. Okay. Oh mein Gott, Digga, Alter. Okay, hab ich alles gesehen, right? Ich glaub schon. Ah ne, warte, eine Seite hab ich noch nicht gesehen. Diese hier. Okay, jetzt haben wir alle gesehen. Bro, ich weiß nicht, wann ich in dieses Fehler jemals reingegangen bin. Wann war das? Vor drei Minuten oder so? Okay, jetzt das Auge. Wir müssen rechts unten achten. Hier ist dann so ein Kilo, you know? Dann sind wir auf der richtigen Seite. Okay, Fortune guck ich an. Wenn es 45 ist, dann muss ich auf die Seite. Also irgendwas mit 45 am Ende. Herrloom. Das ist die Sperm-Seite. Digga, wärs ein R. Oh mein Gott, Bro. So fucking wasted. Boah, das Ding ist, ich hör jetzt grad nicht, wenn niemand kommt, ne? Ich glaub, wenn jetzt niemand kommt, bin ich gefickt. Oh nein, ich hätt das schneller machen können. Oh, ich brauch doch gar keine... Ich brauch kein Money mehr, oder? Okay, to be honest, war relativ fickt. Oh mein Gott, ich hab irgendwas gehört. Hattest du das auch gehört? Da war so, wie so ein Klopfen mehr. Boah, können wir kurz den Clip davon bekommen? Ich muss kurz analysieren. Digga, wir müssen das kurz analysieren. Jemand muss kurz den Clip schicken, Bro. Wir müssen das kurz tryharden, Digga. Ich darf, das darf, das muss der Run sein. Wir sind so weit. Okay. Okay, to be honest, war relativ fix. Oh mein Gott, ich hab irgendwas gehört. War das in meinem... War das in real life? Das ist es, oder? Das ist der Sound. Okay, warte, 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 wir gehen auf... Okay, das ist jetzt... Jetzt, pass auf, jetzt wird's richtig... Jetzt wird's richtig tryhard. Und zwar checken wir kurz, welche Audiospur es war. Es gibt hier eine Audiospur, da ist nur mein Mic drin. Warte. Oh, willst du dich ein bisschen umgucken? Das ist nur ingame. Oh ja, wir machen nur ingame, right? Das ist nur ingame-Sounds. Jetzt wird's gleich ralau wegen dem Hack, nicht erschrecken. Okay. Okay, okay. Okay, jetzt müsste es kommen. Boah, das ist gerade... Also, ich hab noch nie so getryhardt in irgendeinem Game, Dick. Ich schwöre. Das ist wirklich... Das ist wirklich tryhardt auf einem anderen Level gerade. Holy shit. Ey, mal halbe Analyse, anstatt einfach zu gucken. Nee, dann bin ich tot, Bro. Das war ingame. Es ist der Sound. Okay, passt auf. Das ist der Sound. Den wir hören. Das wäre laut. Und... Hört mal hin, hört mal hin. Ich mach' sehr laut, ja? Nicht das richtige, oder? Falscher Sound. Bro, das war eine fucking Analyse gerade. Holy shit. Digga. Holy shit. Also, das war wirklich... Das war wirklich FBI-Shit gerade, Leute. Also, holy shit. Jetzt nicht umdrehen. Ja, ja, nee, komm. Scheiß drauf. Okay, weiter geht's. Oh mein fucking... Okay. Nächste Website. Keepsake. Ja, wir switchen gleich wieder. Sag mal in so 5 Minuten Bescheid, okay? All of Nine. Du spielst mit Guide Old, so ist es nicht voll drehart. Das ist der Sau, der Mann. Das hat nichts zu bedeuten, keine Sorge. Digga. Wen haben die verarscht, als sie dieses Ding gemacht haben mit dem Key, Junge? Mir wurde noch nichts angezeigt. Was... Zur einen Seite hat's den Vorteil, wir sind nicht dumm. Der Nachteil ist, wahrscheinlich ist der Key auf der Seite vom Dollmaker. Und das wär... Das wär... Insane Shit. Das wär insane Shit. Weil da können... Wenn wir da raufgehen, dann kommt so ein Typ alle paar Minuten und dann müssen wir so Shit erledigen und so. Das ist heller stressig, you know? Okay, Tango Down müssen wir jetzt gehen. Die war vorhin down. Ich glaub, die ist immer noch down, right? Ist die immer down? Ist Tango Down immer down? Okay, ja, okay. Digga, wir haben keinen Key bis jetzt. Oh, fuck, fuck. Ah, ich glaub da... Ne, da könnte man nicht klicken. Okay, ne, Moment. Komm, bitte, dass wir jetzt... Bitte jetzt einen Key, bitte jetzt einen Key. Am besten zwei. Bitte, Bro. Das gibt's nicht. Ja, okay, jetzt rausnehmen wir dann, right? Geben wir wieder Ethical rein. Da... War das Passwort Douglas. Douglas wahrscheinlich. Boah, es ist so geil, wie schnell das Internet ist. Junge, holy shit, das ist so schnell. Ähm... Warehouse. Oh ja, sorry. Das war der Sound. Das war ja 100%ig. Das war 100%ig. Das war 100%ig der Sound. Oh mein Gott, okay. Okay, 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 okay. Pass auf. Wir müssen als allererstes, wenn ich auf Escape drücke, so schnell wie möglich den PC ausmachen rechts oben, dann müssen wir zum Lichtschalter rennen und dann so schnell, wie es geht, Jungs, müssen wir zum Schrank sprinten. Es war 100%ig der Sound. Es war ja 100%ig. Wir brauchen keine Analyse, glaube ich. Aber wir können's gerne trotzdem nochmal tun. Oh, Douglas. Oder Douglas wahrscheinlich. Pass auf, das ist der Sound, den wir hören müssen. Und das ist der Clip. Boah, es ist so geil, wie schnell das Internet ist. Junge, holy shit, das ist so schnell. Ähm... Warehouse. Oh ja, sorry. Habt ihr gehört? Hier? Das ist der Sound. Das ist 100%ig der Sound. Oh mein fucking Gott. Okay, ich hoffe, ich schaffe das jetzt alles in Teilen, sonst bloß hier run. Alright, let's go. Nein! Nein! Ich darf mich nicht drehen, sonst hört er mich. Nein! Heute sollte mein Pferd sein wie im Institut. mischen Sie es. Wenn etwas weg. Wenn etwas weg. Soll ich mal kurz googeln, was passiert, wenn... Boah, ab wann können wir wieder rauskommen, ist die große Frage, genau. Er kommt nicht, ich glaube es schon, der ist smart, der baitet auch so. Der macht doch einen Fake-Song, wenn der rausgeht, Digga, der Huren. Geh mal auf meine Seite. Hab doch eine Überraschung für dich, EZ. Ich glaube, er kommt, oder? Äh, er kommt nicht, meine ich. Ich glaube, wir sind good to go. Oder hört ihr Steps? Ich höre nichts. Er muss ja erst die Tür noch aufmachen, oder? Man hört die Tür aufgehen. Man sieht, glaube ich, sogar das Licht durch diesen Spalt. Wir haben so einen kleinen Spalt. Ich bin mir ziemlich sicher. Hey, du komischer Typ in meine Zimmer. Ich bin hinter der Tür, falls du mich suchst. Ich glaube, er ist einfach nicht da. Was mache ich? Gehe ich raus? Ja, oder? Jetzt wird weitergezockt. Okay. Lass das nächste mal Licht an. Was war der Vorteil an Licht aus? Soll ich mal googeln? Über Licht steht da nichts. Ich weiß nicht genau. Oh, er geht dann schneller anscheinend. Okay. Es darf nicht mehr als ein Licht an sein, sonst hat Noah Agro als auf dich. Okay, keine Ahnung. Ich glaube, wir sind good to go. All right, wir gehen weiter. Wollen wir vorsichtig in das nächste WLAN gehen? Ja, oder? Dann gehen wir jetzt in das Bier-WLAN. Das Passwort ist Pantera. Tür abgeschlossen. Ich meine, das hat niemand aufgemacht, right? Okay, wir müssen auf hier achten. Hier muss so ein Ding leuchten mit so einem Schlüssel. Wollen wir jetzt kurz testen, gleich mal, ob es funktioniert, indem ich einfach auf die Seite gehe, wo ich den Key gefunden habe, den ersten. Ich glaube, das wäre smart. Okay, hier fehlt nur noch eine Seite und das ist Your Data. Die können wir ab 0,0,30 erreichen und Dollmaker. Wenn wir Pech haben, ist es genau auf den beiden Seiten, Bro. Das wäre die letzte Seite und die schlimmste Seite, Bro. Das wäre so shit. Okay. Bei Don't Waste It war ein Key. Ich weiß nicht mehr genau, wo, aber wir haben hier einen gefunden. Ich glaube, hier links. Ja, hier. So sieht es dann aus. Habt ihr gesehen, ne? Das funktioniert auf jeden Fall. Dann machen wir hier weiter, würde ich sagen. Machen wir hier bei dem zweiten weiter. Okay, dann Endcrave. Okay, ist nicht. Evil Collection, check die Tür. Nein, nein, er ist so übelst, um die Tür aufzumachen. Boah, ich muss gerade so Pipi machen. Ich glaube, mein Herz ist D-Spot. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Bro, wir waren so weit. Fuck me, Alter. Oh, mein Gott. Zieht euch rein, was wir alles haben. Seite 1, Seite 2, Seite 3, Seite 4. Dann Seite 5, Seite 6, Seite 7, Seite 8, Bro. Digga, und dann noch Ariana Grande hier. Digga, das ist, oh, mein Gott. Ich kotze, Alter. Alles für nix. Oh, Mann. Oh, Mann. Alright, es wird einen weiteren geben, Freunde. Es wird einen weiteren geben. Das ist nicht der letzte Tag. Welcome to the game, anscheinend. Digga, wir müssen das Blutforcen, das Game. Wir müssen so lange zocken, bis ich's hab. Oh, mein fucking... Oh, mein Gott. Oh, mein Gott.